Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Baywatch Berlin. Wir zeichnen jetzt wieder am Morgen auf. Vielleicht merkt man das an meiner jugendlichen Frische, die ich hier direkt mit reinbringe. Wir haben ja die letzte Ausgabe spätabends aufgezeichnet und wie hatten wir es glaube ich damals formuliert, da hatte man schon so einen angegrabschten Tag hinter sich, der schon so kaputt gemacht wurde von irgendwelchen Ereignissen und da musste man abends da die Scherben zusammenfegen und da muss man als Zuhörer dann dabei sein bei Baywatch Berlin. Das möchte man niemandem antun. Jeder normale Arbeitstag jetzt, gerade nachdem der Sommer so ein bisschen vorbei ist, birgt natürlich nicht nur schöne Momente und das, was dann am Ende eines Tages überbleibt an nicht so schönen Momenten, möchten wir hier Ihnen als Baywatch Berlin Zuhörer gar nicht erst so richtig hinlegen. Deswegen machen wir das morgens wieder, bevor irgendwas ist, da kann man sich alles noch schönreden und ich sage herzlich willkommen, nicht nur an alle Zuhörer, an euch, sondern auch an Jakob Lund und Thomas Schmidt. Und wir sind alle eingereist aus München. Wir hatten nämlich eine Showaufzeichnung dort gestern und wir sind alle hier morgens in Berlin gelandet, nur in ein bisschen unterschiedlichen Zuständen. Jakob, Thomas, sag doch mal, wie geht's euch, was ist los? Wir müssen wirklich vor dieser Folge so eine Art Disclaimer jetzt eigentlich einsprechen. Also erstmal klar, meine Stimme klingt geil tiefer als sonst, schon mal positiv. Disclaimer. Und ansonsten müssen wir sagen, ja, wir sind sehr unterschiedlich angereist. Schmitty und ich sind gestern nach der Aufzeichnung, die um 21.30 Uhr vorbei war, hatten wir den tollkühen Plan, dass wir direkt nach Hause fahren mit dem Auto. Ja, damit man ganz schnell zu Hause ist. Dass man einfach schnell zu Hause ist und nach fast zwei Wochen dann mal wieder im eigenen Bett schläft. Ja, und wir waren um vier zu Hause. Vier Uhr nachts. Und jetzt ist es neun Uhr nachts. Das heißt, wir haben ungefähr nicht ganz vier Stunden. Ich war um fünf Uhr irgendwie. Ich konnte noch ein ganzes Hörbuch, ich stelle mir das immer so auf eine Stunde ein, das danach aufhört. Und ich habe das Ende noch mitgekriegt. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, Klaas. Ja, nee, das ist vor allem nicht normal. Aber diese Freude, mit der du da sitzt, weil du das genau weißt. Du weißt genau, die Penner, die haben eine Scheißnacht gehabt, sind auf der Autobahn und jetzt sitzen sie hier und wissen überhaupt nicht wo. Was einem hier wieder so, da habe ich einfach. Das muss man ja auch nochmal sagen, zur Einordnung. Hat im Siebensterne Burj Al Arab München geschlafen, wurde dann auf einer Sänfte in einen Wagen, in einen Bentley getragen, zum Flughafen. Gefahren. Erst gefahren, dann mit dem Helikopter die letzten Meter an die Gangway. Ist dann in der First Class erstmal mit so einem warmen Handtuch empfangen worden. Hat eine Fußmassage schon hinter sich und ist aufgewacht. Da saß er eigentlich schon im Ferrari hier zum Studio in Berlin. Exakt, genau. Und ich bin selber gefahren. Da habe ich so einen Aufwachmoment. Hoppala, auf der Startautobahn 200. Hoppala, da bin ich. Genau, und da habe ich also weiter das Bodenblech eingetreten und bin jetzt hier. Aber guck mal, das ist diese eine Sache, weil ich habe mir natürlich schon überlegt, was mir so entgegenkommt. Weil ich habe ja auch schon mal so einen Zustand gehabt, ich weiß ja, wie man drauf ist, wenn man so müde ist und so weiter. Mit was mir so entgegenkommt, meinst du aber uns? Ja, genau. Naja, aber auch wie ihr mir gegenüber tretet, also was ihr zu mir sagt und so. Und da habe ich mir überlegt, ihr seid bestimmt ein bisschen gereizt. Ja. Da habe ich mir überlegt, da dachte ich mir, ihr seid bestimmt ein bisschen gereizt. Und da habe ich mir überlegt, was für einen Gefallen kann ich euch denn tun? Ich kann euch zum Beispiel das, was ihr gerade nicht in der Lage seid abzuspielen, nämlich gute Laune auf Knopfdruck, das kann ich euch ja abnehmen. Da kann ich sagen, das mache ich. Und dann habe ich das vermutet, was jetzt gerade schon eingetreten ist, was noch weiter eintreten wird, wenn ich das finstere Gesicht von Thomas mir anschaue, dass mir meine gute Laune als Provokation ausgelegt wird. Als würde ich mit meiner offen ausgelegten guten Laune im Prinzip eigentlich nur zeigen wollen, dass es mir viel besser geht als euch. Ja, aber das ist ein Schlag in die Fresse. Ich bin aufgewacht, mir hat jeder Knochen wehgetan. Ich fühle mich wie Marcel Reich-Ranitzki beim Fernsehpreis nur umgedreht. Ich möchte diesen Preis nicht annehmen. Was ihr die letzten drei Stunden sich abgespielt habt, ist unerträglich. Ich kann dem ganzen Geschehen nicht folgen. Es gibt so eine Taste wie bei Netflix, dass man auf halber Geschwindigkeit... Hast du den Eindruck, dass Marcel Reich-Ranitzki jetzt gar nicht, weil er das kulturell ablehnt, diese ganze Veranstaltung des Deutschen Fernsehpreises, sondern du gehst davon aus, dass er einfach intellektuell der Veranstaltung nicht folgen konnte? Umgekehrt. Deswegen meinte ich umgekehrt. Ein umgekehrter Marcel Reich-Ranitzki-Fall. Also ich bin zu dumm für euch heute. Ja, normaler Fernsehpreis meinst du. Marcel Reich-Ranitzki war vor circa zehn Jahren beim Fernsehpreis, sollte ausgezeichnet werden für seine Büchersendung. Da ist er großer Literaturkritiker gewesen und hat dann da eben die ganzen Kaya Janars und Mario Barth fröhlich ihre Preise entgegennehmen sehen und hat dann irgendwann beschlossen, also bei dem Käse möchte ich nicht dabei sein und hat das auch so lautstark kundgetan, als er den Preis überreicht bekam. Ja, also was der da auch für eine schlechte Laune entwickelt haben muss, man konnte es natürlich irgendwie nachvollziehen. Also diese Explosion auf der Bühne, die hat man dann nicht erwartet. Man denkt ja auch meistens dann, damit es schnell vorbei ist und einen dann nicht noch eine Woche später nervt und jetzt noch zu so einem Fernsehmoment ja auch noch wurde, dann sagt man, komm, gib her das Ding, danke, tschüss und da gehe ich nie wieder hin. Das wäre jetzt die ganz unaufregende Variante gewesen, da jetzt so zu explodieren wie so ein Vulkan. Der wusste aber nicht, was auf ihn zukommt. Also der war ja wirklich, der dachte irgendwie, geht auf eine Preisverleihung, wo irgendwie so ein Staatsempfang noch vorgeschoben ist und dann sind da die ganzen Comedians auf der Bühne rumgeturnt und die sind das Ding aus Marzahn. Also dass da jetzt nicht die Gruppe 47 sich trifft, das hat dem niemand gesagt. Das hat dem niemand gesagt. Der dachte, da ist Heinrich Bölln, der Bundespräsident. Und Ingeborg Bachmann erhebt sich nochmal aus der Matratze und in Wirklichkeit waren da eben Atze Schröder und Kaya Janar. Da kann man sich täuschen. Da gab es langen Gesichter. Insofern verstehe ich das ja. Darf ich das kurz als Mini-Einschub? Diese Wut bei Preisverleihung, die habe ich auch schon empfunden. Und da waren der Kollege Schmidt und ich mal beim Bambi und da haben die sich folgende Sache überlegt. Und da ist mir wirklich fast eine Halsschlagader vor Wut geplatzt. Und zwar war es so, in diesem Jahr sollte Wolfgang Rademann geehrt werden. Wolfgang Rademann ist das der Spiritus Rektor. War, muss man sagen. War, Spiritus Rektor, also das Mastermind hinter der Produktion Traumschiff. Jetzt kann man sagen, braucht man dafür ein Mastermind, aber das sind andere Fragen, die wollen wir heute nicht klären. Aber der ist so praktisch die Lichtgestalt hinter dem Traumschiff gewesen. Und der sollte nun also nochmal besonders geehrt werden und da hatte man aus meiner Sicht eine geniale Idee. Da hat man gesagt, wir holen alle Backpfeifengesichter, die jemals im Traumschiff waren, stellen die in eine Reihe, etwa 30 Leute. Und jetzt machen wir folgendes, das ist aber auch so pfiffig aufgelöst, so ein bisschen visuell auch mal so ganz crispy. Da ist man mit der Steadicam, das ist ja so eine Apparatur, die jemand trägt, dass die Kamera ganz fließende Bewegungen macht. Ach Jakob, das wissen unsere Zuhörer. Und dann wurde praktisch beim ersten angefangen und dann haben die wie so eine Satzstrecke gebildet. Und dann ging's los, der erste Backpfeifenmaul da, lieber, dann Jung-Schauspielerin, Wolfgang. Und dann ging's so weiter und dann wusstest du, nach 20 Leuten war auch echt immer noch nur gesprochen, lieber Wolfgang, wir wünschen dir. Also wie bei Omis 70. Und da wäre ich wirklich fast explodiert in meinem Sitz. Ja, das weiß ich noch. Die Idee war scheiße. Aber es war eine Preisverleihung, an dem man per Handschlag begrüßt wurde am roten Teppich. Von Herrn Burda. Nein, von Frau... Patricia Rickel. Patricia Rickel? Die Chefredakteurin der Bunden. Was ist denn da los? Und der eine von Burda, der Herr Welte. Der Herr Philipp Welte von Burda. Früher war das aber immer noch Hubert Burda selber. Hubert Burda persönlich, ja. Ja, oder es war Benjamin von Stuttgart-Barre, der in einem, sagen wir mal, interessanten Zustand, mit einem roten Pullover über die Verleihung läuft, auf dem draufsteht Hubert Burda. Das ist auch gut. Das habe ich auch schon mal gesehen. Aber das hat uns ja, das muss man ja wirklich sagen, das hat uns beeindruckt. Man kommt rein, da ist eine Fotowand und davor stand Patricia Rickel und der Herr Welte. Und die haben jeden mit Handschlag begrüßt. Heute in Corona-Zeiten, undenkbar, aber mit Handschlag. Und dann hieß es, guten Tag Herr Schmidt, guten Tag Herr Lund, schön, dass Sie bei uns sind. Ja. Nee, es hieß nicht Schmidt und Lund. Doch, hieß es Schmidi. Nein, die wissen den Namen. Weiß ich sicher! Die haben noch, schön, dass Sie da sind, die haben den Namen nicht gehört. Die haben den Namen gesagt, weiß ich sicher, Schmidi. Also, ich habe so ein paar... Sorry, ich bin jetzt, jetzt bin ich schon das erste Mal ausgeführt, muss mich entschuldigen. Ja, also... Das ist bestimmt nicht das letzte Mal, wenn du mich so provozierst. Die haben den Namen gesagt. Die hatten doch nicht ein Buch in der Hand mit allen Namen, die da in Roten länden. Doch, die haben das vorher gelesen, wie Tom Cruise bei Interviews. Wie der Weihnachtsmann. Mit die Salz, ruhig. Aus dem großen, goldenen Buch. Und die wussten auch, was ihr das ganze Jahr über gemacht habt. Und Schmidi hat auch ganz brav auf den Schoß von Patricia Rickel gelesen. Was hast du dir gewünscht? Einen Termin bei Udo Weiß? Ich war eine Handpuppe. Die Handpuppe von Patricia Rickel? Ja. Toll. Sag mal, ich war auch auf so Veranstaltungen schon oft. Ich weiß nicht mehr, ob ich schon mal auf dem Bambi war. Habe ich vergessen. Ich meine, ich bilde mir ein Ja. Bestimmt. Ich bilde mir ein, ich war schon mal auf dem Bambi. Aber der ist doch da immer am Arsch der Welt, ne? Nee, Potsdamer Platz war der da. Dann war ich da bestimmt mal. Ich weiß nicht mehr. Ich habe auf jeden Fall eine ganze Verleihung. Da wusste ich auch wirklich nicht, was vorne verliehen wurde, weil ich die Trophäe praktisch nie gesehen habe. Weil die ganze Bühne war abgeschirmt mit meinem Blickfeld vom Nacken von Arnold Schwarzenegger. Ist der so breit? Ja, der saß vor mir und Arnold Schwarzenegger hat einen zweimal drei Meter breiten Nacken. Wie viele Billiregale sind das, damit die ZuhörerInnen sich das vorstellen können? Ja, zwei große Billiregale nebeneinander. Hing da noch Ralf Möller irgendwie fest. Hat er sich da festgebissen. Im obersten Regal. Ralf Möller hat so hinten aus dem Sakko geguckt. Vielleicht waren das auch einfach zwei, kann auch sein. Und da habe ich wirklich gar nichts mitbekommen von der kompletten Veranstaltung. Aber ansonsten sind natürlich so Preisverleihungen immer so ein merkwürdiges Ding. Gerade diese überraschenden Momente bei Preisverleihungen, das kann sich ja auch dann derjenige, der den Preis kriegt, nicht immer aussuchen. Also ich kann mich nur erinnern, war es Dieter Thomas Heck, der den Preis fürs Lebenswerk bekommen hat. Da war er schon, also war er rüstig, Dieter Thomas Heck hat ja auch in seiner späteren Lebensphase immer noch mit dieser schmissigen Art moderiert, wie man ihn kannte, aus dem Studio 1 bei der Hitparade und so. Das hat er ja lange gemacht, aber natürlich hat man ihm auch sein Alter angemerkt, ist ja logisch. Und irgendwann hieß es dann, nun jetzt Lebenswerk mal schnell. Und dann hat er so einen Stuhl bekommen und da wurde er dann reingesetzt. Und dann ist die Ehrung, hat dann um ihn herum stattgefunden. Also die Laudatio, die sich unterteilt hat in mehrere Elemente. Und ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, aber ich weiß nur, dass irgendwann saß er in so einem Stuhl und dann kam Max Giesinger raus. Das wäre für mich als Dieter Thomas Heck schon mal die erste Überraschung. Was habe ich denn jetzt nur mit Max Giesinger zu tun? Also was hat der denn jetzt in meiner Karriere, in meinem Leben für eine große Rolle gespielt? Und Max Giesinger hat Biene Maja gesungen. Das Biene Maja Lied. Echt? Ich weiß nicht, ob er es umgetextet hat auf mein lieber Dieter Thomas. Ja. Meinst du, da haben die TV-Produzenten so gesagt, das wird ein ganz großer Moment. Ja, auch mal ein bisschen Spaß zulassen. Muss ja nicht immer alles hier so traurig sein. Wenn man jetzt hier so ein Leben resümiert, ist ja auch wichtig, dass man dann auch mal ein bisschen, es kann auch mal ein bisschen locker sein. Und der Dieter Thomas, der hat ja nun ganz lange die Hitparade gemacht. Vielleicht liegt es daran, dass er vielleicht hat dann Karel Gott damals das erste Mal in der Hitparade diesen Song gesungen oder weiß der Kuckuck. Wobei sich wirklich die Spreu vom Weizen trennt bei Preisverleihung anhand dieses Ehrenpreises. Also jeder große Preis hat ja so am Ende so einen Ehrenpreis, wo man sagt, da wird jetzt jemand ausgezeichnet, der wirklich auch ein Lebenswerk, ein Lebenswerk hat. Und man sagt, wow, dem sind wir alle groß geworden. Was eine Figur, eine Lichtgestalt. Und da muss man sagen, da gibt es dann, was weiß ich, bei der goldenen Kammer sieht man dann Sean Connery und dann sagt man, Sir Sean Connery, Schottenrohr kommt ja da mit 90er in eine Erscheinung. Und dann gibt es den Comedypreis und da waren wir vor ein paar Jahren und da hieß es, das Lebenswerk geht an. Ingolf Lück. Und dann gab es erstmal so ganz lange Gesichter, also so, Moment, habe ich mich verhört, meinen die den Ingolf Lück, der in der Wochenschau eigentlich immer der Schlechteste war? Oder meinen die den Ingolf Lück, der immer nur gerufen hat, komme ich jetzt in Fernsehen? Oder meinen die den Ingolf Lück, der bei Let's Dance so mittelgut getanzt hat? Also meinen die wirklich den? Dann war klar, ja, also da steht Ingolf Lück. Und vorher gab es eine Laudatio, das muss man auch dazu sagen. Und zwar war da folgende Idee, also man hat das schon mal so ein bisschen ungünstig, das anliegt, dass in der Figur dieser Legende, da hat man sich so ein bisschen vertan schon. Und jetzt hat man aber Folgendes gemacht, um das Ganze ein bisschen aufzupeppen, hat Hugo Egon Balder die Laudatio auf Ingolf Lück gehalten. Und da hat man sich Folgendes überlegt, dass man gesagt hat, der soll den jetzt mal nicht, was man erwarten würde, über einen grünen Klee loben, sondern... Ach so, so witzig, ist ja Comedypreis, darf man nicht vergessen. Es war immer noch Comedypreis, geht jetzt nicht um die goldene Hände oder irgendein seriöser Preis. Richtig, auch nicht den Oscar. Oder der goldene Wuschel. Ja, oder Mark Twain, Gedächtnisbüste. Und da hat man dann gesagt, der soll den so ein bisschen über einen Kakao ziehen, durch den Kakao ziehen, der soll so ein bisschen sticheln. Und dann hat der den da fünf Minuten am Stück fertig gemacht. Der hat den richtig schlimm beleidigt. Naja, also das waren sicher auch gute Pointen, die wenn man so an der Bar sitzt mit einem Schnäpschen und einem Bier, dann müssen bestimmt alle herzlich lachen. Auch derjenige, der da gewürdigt wird, in Anführungsstrichen. Aber da gab es wirklich nur lange Gesichter. Aber das kann aber auch nur ein Hugo Egon Balder mit dem Charme eines Taxifahrers. Mit so einem richtigen Biertrinker-Humor. Also der hat dem ganzen Abend deinen Stecker gezogen. Generell sind ja so Preisverlangen, das ist ja ein Brutkasten. für schlechte Ideen. Also es gibt keine. Und ich weiß, das haben wir glaube ich auch noch nie erzählt, dass uns eine dieser schlechten Ideen hat uns fast Gosling-Gate versaut. Ja, du hast recht. Wir wussten, irgendwann wird versucht, hier Ryan Gosling auf die Bühne der goldenen Kamera zu bringen. Und das ist halt eine absurde Situation. Da werden aber alle Buffs sein. Weil man den Ablauf stören wollte. Ja, und dann war aber vorher eine Darbietung von Matthias Matschke und Annette Frier, die in einem Briefumschlag getanzt haben. Ach so, ja, sicher. Die haben da irgendeine Laudatio in einem riesigen Briefumschlag gemacht, haben nur so die Hände rausgeguckt und da haben die so getanzt. Und es war so ein, also im besten Fall war es eine Kunstinstallation. Das war der Moment, wo die ganzen Hollywood-Stars in Reihe 1 schon längst das Gehirn ausgeschaltet haben. Aber auch am Fernseher, man hat danach, nach dieser Nummer, hast du diesem Preis alles zugetraut. Und dann hatten wir Angst und auch berechtigte Angst. Und so war es auch an dem Tag von Gosling-Gate, an dem Abend, hat keiner geschnallt, was da eigentlich vor sich gegangen ist, dass da irgendwas richtig schief gelaufen ist für die Macher, war, weil vorher sowas aufgeführt wurde. Deswegen haben die auch gedacht, naja, der ZDF hat sich einen Spaß erlaubt und hat da einen Ryan Gosling-Double auf die Bühne gestellt. Das war völlig normal. Es hat erst am nächsten Tag, hat glaube ich so DWDL das erste Mal geschrieben, Leute, da ist was falsch gelaufen. Das war gar nicht Absicht von denen. Das war gar nicht Teil des Programms. Ja gut, weil man da, wie du sagst, erstmal alles ist möglich. Und was ich eigentlich auch lustig finde, ist, dass wenn man jetzt so ein preislches Lebenswerk bekommt, da weiß man ja eigentlich auch schon, ja, was die Leute so über einen denken. Seien Sie konkreter Häufer umlaufen. Es ist halt sehr gut alles gewesen, offenbar. Gewesen. Man hat einen Abdruck hinterlassen in der Entertainment-Welt und jetzt kriegt man dafür einen Preis, aber das soll dann auch der Letzte sein. Gehen Sie. Ja, oder können Sie noch gehen. Das ist die Frage, die dahinter steht. Und in dem Zusammenhang finde ich es wirklich völlig kurios und auch mit einigem Erstaunen stelle ich fest, dass 1991 Udo Lindenberg den Preis fürs Lebenswerk bekommen hat. Weil die Leute dachten, lieber jetzt. Es ging ihm nicht so gut. Und die haben gesagt, jetzt kriegt er schnell den Preis fürs Lebenswerk, weil who knows. Und was dann noch alles kommen sollte, also dieses, da hat er es wirklich allen nochmal gezeigt. Also das war für ihn eine richtige Motivation. Für Johannes Hestas wahrscheinlich auch. Da hieß es ja irgendwann, jedes Jahr, was er noch schafft, kriegt er einen Bambi. Und er hat dann, glaube ich, sechs oder sieben Bambis in einer Reihe bekommen. Der ist, glaube ich, 107 geworden. Und ab 100 hat er, also als Belohnung dafür, dass er kommt zum Bambi, hat er dann jedes Jahr wieder einen bekommen. Und es hat ihm auch sichtlich Spaß gemacht. Und er hat da selber auch dann darüber gelacht. Und dann haben sie ihn da ans Klavier gebunden. Und irgendwann hat er dann da seine Dings gesungen. Hat er gesagt, ich muss jetzt nach Hause, meine Frau schmüde. Und dann ging er wieder. Aber irgendwie war das nicht unwürdig, weil man wirklich gedacht hatte, der will nirgendwo anders sein. Egal, ob man den dann mit fünf Leuten da hinstellt. Das findet der super. Und sagt, ich werde 100 Jahre alt. Heureka, Heureka. Ich hab's. Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass du Riesenangst hast davor, dass wenn du stirbst, möge nicht passieren so schnell, dass dann so ein blödes Video um dein Lebenswerk gekehrt wird. Ja, so ein Gag-Nachruf. Aber wir könnten ja, also Jakob und ich, wir sollten uns jetzt vornehmen, genau so das Maß an Bekanntheit zu erreichen, dass wir bei irgendeinem Comedypreis oder so dein Lebenswerk laudatieren dürfen. Aber während du, wenn du so 40 bist. Das ist schön. Und da hätte ich so ein... Oh, da hätte ich auch Lust drauf. Also da würde ich wirklich, da würde ich mich zusammenreißen, auf die Bühne gehen und dann lesen wir mal, dann denken wir uns auch was Pfiffiges aus. Ja, aber so ein bisschen auch so mit Augenzwiggern. Ja, ja, na klar, ne. Auch mal ein Späßchen. Späßchen würde erlaubt sein. Aber das Ding ist, damit ich jetzt ein Lebenswerk kriege, müsste ich ja, also eigentlich muss ich mich verhalten wie so ein Hollywood-Schauspieler, der sich auf einen krassen Film vorbereitet, der dann 40 Kilo abnimmt und so. Also ich müsste jetzt eigentlich in so einen Peedority-Zustand mich hineinarbeiten. Ach so, dass Leute denken 5 vor 12. Dass man wirklich denkt, also entweder jetzt oder das wird eng. Und dann müsst ihr mir natürlich eigentlich helfen, dass wenn wir dann den Preis für das Lebenswerk abgeholt haben, ich mit 40, weil die Leute wirklich denken, das geht keine zwei Wochen mehr gut mit dem. Ja. So dringend muss es eigentlich sein. Dann müsst ihr mir da helfen, mich zurückzukämpfen ins Leben. Das machen wir. Ihr könnt mich da nicht so Arno Dübel-mäßig sitzen lassen und dann war es das eben mit Klaas schön doof von dem. Sondern ihr müsst mir dann wirklich helfen, dass ich da nicht wirklich verrückt alt und krank und alkoholabhängig da irgendwo sitze. Hab zwar einen Comedypreis, aber sonst nichts mehr. Wisst ihr eigentlich, wann wir zu dritt in diesem vergleichbaren Zustand sind von einem fitten und zwei so völlig in der Müdigkeit als Twilight Zone, woran mich das erinnert. Na? Duell um die Welt. Das ist eigentlich genauso der Zustand, mit dem man immer im Flugzeug sitzt. Sodass so Leute, also man ist eigentlich unendlich müde, weil man jetzt irgendwie auch, man weiß auch gar nicht, wo man jetzt hinfliegt. Weiß nur, ach herrlich, jetzt kommen zehn Stunden irgendwo hin, da kann man mal irgendwie sich ausruhen. Und man ist so richtig in so einer Zwischenwelt. Man ist so im Grunde weit hinter Jetlag. Man weiß gar nicht mehr, wie spät es zu Hause eigentlich ist. weil man ist nur noch so mit so halb geöffneten Augen. Ja, aber du bist viel zu gut gelaunt dafür. Also das ist schon mal falsch. Das Einzige, was stimmt, ich weiß nicht, wo wir hinfliegen. Aktuell. Aber das ist entweder, führte das dazu, dass wir uns angeschrien haben oder, und daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, es gab einen Flug, da sind wir von irgendwo in Australien, glaube ich, nach Vanuatu geflogen. Oder nach sonst, ist ja wurscht. Und Klaas, wir beide saßen zusammen. Ja. Und da hast du, und Schmitti war super schlecht gelaunt, saß hinter uns. Ja. Und wir haben ihn gestört, wie die Kinder auf der Rückbank den Vater bei einer langen Autofahrt. Und er hat irgendwann so immer demonstrativ seinen Kopfhörer aufgesetzt und hat dann schon mal so Musiken gesucht für die Einspieler. Und du hast dann dein iPad rausgeholt und du bist dafür bekannt auch, dass du so ganz viele tolle so Spiele hast. Ja, Daddelspiele. Daddelspiele. Ja, keine jetzt so super schlauen, sondern so Daddelspiele. Genau. Und auf einmal haben wir angefangen, wie wild geworden, mit dem Zeigefinger, das musste man ganz schnell auf das iPad so tippen. Das ist, ja, Dump Ways to Die ist das. Ah, okay. Und da musste man so ultra schnell drauf tippen. So ganz, ganz schnell. Oh Gott, ich erinnere mich. Und da hatten wir den größten Lachanfall meines Lebens. Ja, ja. Wir haben das ganze Flugzeug zusammengeschrien, weil das so absurd war. Wir waren kurz vor der Notlandung. Ja, wir haben erst so ganz intensiv da drauf gedrückt und dann sind wir beide im gleichen Moment offenbar so praktisch aus uns herausgetreten und haben von oben auf zwei erwachsene Männer geguckt, die so mit so riesen Augenringen völlig in sich zusammengesagt, wie die Irren da auf so ein Pad gehämmert haben. Und das fanden wir so wahnsinnig witzig, dass wirklich, ja wie du sagst, fast Notlandung. Ja, das war wirklich kurz vor Umkehren. Ja. Und das muss ich sagen, das sind so die Momente, die waren dann schön. Werbung. Jetzt reden wir nochmal über Indeed. Was ist Indeed? Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Wenn nicht, dann erkläre ich euch das kurz. Es ist die Nummer eins weltweit der Jobseiten. Also Indeed durchsucht tausende Websites, um den richtigen Job für dich zu finden. Und es gibt über 560.000 neue Jobs in Deutschland jeden Monat. Und das ist sehr einfach zu benutzen. Und man kann A, sich selber dort praktisch anbieten und gefunden werden von Unternehmen. Man kann aber auch sich Unternehmensprofile anschauen und dann mal schauen, was gibt es denn alles so. Man kann sich A, inspirieren lassen. Gibt es irgendwelche Jobs, die man vielleicht interessant findet, von denen man noch nie gehört hat? Dinge, die zu einem passen, weil man sich irgendwie inspiriert durch Indeed dann mal damit auseinandersetzt? Oder ist das ein Unternehmen, was überhaupt zu mir passt? Denn darum geht es. Das muss man ja auch erstmal rauskriegen. Woher weiß ich, dass ich als Typ zu einem Unternehmen passe oder ob das Unternehmen zu mir passt? Das ist immer eine große Frage. Gibt es da zum Beispiel im Kollegenkreis andere Cappuccino-Trinker? Gibt es Leute, die auch gerne zur Pediküre, Maniküre gehen? Das will man ja wissen. Also ist man da im richtigen Umfeld von Kollegen? Vielleicht will man auch vermeiden, in ein Unternehmen zu kommen, die einem so Salzsäure auf die Hand streuen. Oder man möchte besonders ein Unternehmen, wo man also beruflich gut Fuß warst. Also ich kann mir gut vorstellen, dass selbst so Spezialfragen über bestimmte Unternehmen verfügbar sind. Denn das läuft unter anderem damit, dass weltweit über 320 Millionen Bewertungen eingestellt werden von aktuellen und ehemaligen MitarbeiterInnen von gewissen Unternehmen. Und die wissen ja, wie es läuft. Die können es ja sagen. Ja klar. Und ich meine, ehemalige MitarbeiterInnen, die müssen ja nun nicht nur positiv darüber sprechen. Die haben ja dann keinen Grund dafür. Und da wird man dann wissen, ist das was für mich? Fühle ich mich da wohl? Oder eben nicht? Und ich habe nämlich den Fehler gemacht in meiner ersten Ausbildungsstelle. Da habe ich einfach schnell unterschrieben, damit ich dann Ruhe habe. Und die ersten drei Tage, die ich dann da gearbeitet habe, habe ich festgestellt, es ist alles sehr schlecht. Und solche Umwege kann man ausschließen, wenn man Indeed.com eingibt für die Jobsuche und mit deren Hilfe sicherstellt, dass man direkt den Job findet, der für lange Zeit super zu einem passt. So ist es. Also, das Ganze ist verfügbar in mehr als 60 Ländern, 28 Sprachen, weltweit über 10.000 Mitarbeiter. Also man kann sich vorstellen, dass die wissen, was sie tun. Schaut euch das doch mal an. www.indeed.com Da könnt ihr all diese Fragen, die wir jetzt hier mal gerade aufgestellt haben, vor euch beantworten und sicher noch einige mehr. Alles dazu nochmal in den Shownotes. Werbung Ende. Sag mal Schmidt, was ist der häufigste Satz, den man in internationalen Flugzeugen immer gesagt hat zum Delt um die Welt? Was ist der häufigste Satz, der immer, egal wo auf der Welt gesagt wurde, den man einmal pro Flug immer mit fremden Leuten sprechen musste? Wie geht der Satz? Das ist nicht nur das, das man denen oft sagt. Das ist auch die einzige Überlebensregel. Mein Onkel hat immer gesagt, man muss sich irgendwann eine Rolex kaufen, weil damit kommt man, egal wo man ist auf der Welt, immer nach Hause. In Vanuatu kann man seine Rolex verscherbeln und es reicht dann für ein Ticket, um nach Hause zu fliegen. Dafür reicht es nicht. Aber es gibt die zweite. Aber man muss dazu sagen, dass dein Onkel auch Uhrenhändler hat. Der hat schon auch ein Interesse daran. Schöne Grüße. Und das zweite ist aber, die zweite Überlebensregel, die wir in 17 Jahren Weltreise quasi mitgenommen haben, ist der eine Satz. I take the chicken, please. Das ist der eine Satz. Deswegen muss man sich merken. Wenn man mit Southwest India irgendwo fliegt oder mit Air China, dann sagt man was, Thomas? I take the chicken, please. Es gibt den größten Fraß, egal wie, auf allen Airlines dieser Welt und potenziell holt man sich was weg. Ja, also der Magen ist verstimmt. Man kann nicht mehr drehen, man kann nicht mehr weiterreisen. In irgendeiner chinesischen Garküche am Arsch der Welt ist man immer, fährt man gut mit dem Satz I take the chicken, weil du das solltest von Meeresfrüchten Abstand nehmen. Die Experimente, auch selbst mit einem Steak, das dann so Ultramedium ist. Und all das nicht, I take the chicken. Schmeckt immer solide. Schmeckt auch weltweit gleich wie McDonald's. Ja, das kann man machen. Das ist für den Tipp, den man so mitgeben kann, denn irgendwann in zwölf bis vierzehn Jahren, wenn Corona vorbei ist und man wieder da an so entlegene Stellen fliegt, dann merkt euch das bitte. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp von uns. Wisst ihr, was aber auch der Horror war? Also man hat dann gelebt für diesen Flug, weil man sich da ausruhen konnte. Und wenn man dann einen Sitzpartner hatte, neben einem, der nicht einer von euch war oder aus dem Team, sondern so irgendwie so ein aufgedrehter Geschäftsmann, der einem entweder so, weil der selber in sein Heimatland flog, so etwas schon mal über Land und Leute berichten wollte oder berichten wollte, was er nur jetzt erlebt hat. Horror, da wirst du da so voll gequatscht. Und da kannst du eben nicht, wie wir in der letzten Folge besprochen haben, so ein Ja mal so sagen oder dann schon so klimperige Weingläser so zusammenräumen. Weil du bist ja an den Sitz gefesselt. Und dann musst du irgendwie versuchen zu sagen, ich schlafe jetzt. Horror. Ja, das stimmt. Das finde ich auch sehr schwierig. Und wenn die dann auch so anfangen, sich dann so privat zu machen. Man selber möchte das ja auch, aber das ist ja ein großer Unterschied, ob man jetzt von Köln nach Hamburg fliegt oder ob man jetzt wirklich zehn Stunden unterwegs ist. Die Leute, die richten sich ja richtig so menschlich. Das ist wahrscheinlich so ein fast animalisches Ding, dass man sich dann so ein Nest baut. Ich habe auch tausende Visitenkarten von irgendwelchen Asiaten. die Solarzellen herstellen. Und den kriegst du nämlich immer, du sitzt im Flugzeug, hast dein Chicken gegessen und wirst vollgesappelt. Das scheint auch irgendwie außerhalb Deutschlands noch trendiger zu sein. Ja, aber ich finde es immer so schön, wenn man selber hat, man dann den guten Platz neben Olaf, wo man genau weiß, alles ist okay. Olaf war immer der perfekte Reisepartner. Nie schlecht gelaunt, immer umgänglich, immer der liebste Mensch der Welt und so auf den Reisen und auch im Flugzeug, wenn man dann so schräg nach hinten guckt und man sieht schon, und da setzt sich da so ein Julio da gerade neben Thomas Schmidt und packt schon seine Adiletten aus, weil er sich gleich das gemütlich machen will und zieht sich schon mal diese Flughafensocken an und währenddessen sagt er schon, ah, where are you from? Ah, Alemannia. So, und da weiß es schon alles klar. Die kommen auch immer, die kommen auch immer mit Sandalen schon ins Flugzeug. Und keine Strümpfe oder so, natürlich nicht, aber so indische Füße mit Sandalen und die setzen sich immer neben mich. Immer. Und dann gucken die am Anfang sofort, bevor das Flugzeug abgehoben ist, gucken die den ersten Film, lachen ganz laut die ganze Zeit über so irgendwas mit The Rock. Ja, die gucken dann irgendwie so eine Scheiße mit The Rock, lachen sich die ganze Zeit tot und wenn man selber so langsam ein bisschen müde wird, dann sind sie fit und wollen quatschen. So richtig fit, übrigens bin ich ja heute natürlich auch nicht, weil ich habe ja gestern auch, wir haben jetzt ein paar Shows in einer Reihe, für alle, die das vielleicht nicht wissen, wenn wir diese etwas größeren Shows machen, die jetzt ab dem 8. September dann immer dienstags laufen, Fünder nach 8, dann machen wir das nicht einmal pro Woche, so wie Late Night Berlin, was ja einigermaßen tagesaktuell dann ist, also so ein paar Stunden vorher, sondern wir zeichnen das in einer Rutsche auf, fünf Shows hintereinander und dann wird das dann über fünf Wochen verteilt. Das heißt, man hat also diese fünf Wochen im Gepäck, aber in einer Woche hat man das gemacht und so. Das ist ein bisschen anstrengend und nicht so schlimm, wie jetzt richtig arbeiten, aber es ist auch so ein bisschen anstrengend. Und dann bin ich natürlich auch jetzt dann ins Bett und habe auch nicht so viel geschlafen und musste dann ja vom Flughafen mit meinem Auto bin ich dann hierher gefahren. Und wenn man dann so ein bisschen übermüdet ist, weil man jetzt gerade im Flugzeug noch gepennt hat und ich dann hier so dann im Auto sitze und hierher fahre, da macht man ja manchmal auch so Dinge, über die man da nicht so nachdenkt. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das auch mal gemacht habt, manchmal will man nett sein und Leute rüberwinken. Ja, das stimmt. Also man bleibt stehen an so einer Verkehrsinsel, wo jetzt kein T-Bar-Streifen ist, man müsste also nicht anhalten, aber manchmal steht da einer und ich denke, ey, da sind so viele Autos, ich wink den jetzt rüber. So, und dann soll der rübergehen. Und die Leute, die das machen, fühlen sich auch sofort verpflichtet, das dann sofort zu machen. Weil das ja nett ist, dass extra einer stehen bleibt und man will dann ja nicht unhöflich sein und sagen, nee, ich will gar nicht rübergehen oder so. Und das Problem ist, was ich bemerkt habe, ist, dass die Leute unvorsichtig dann werden. Ja, die verlassen sich nur auf dich. Die verlassen sich dann auf mich, weil die in so einer Höflichkeitsstarre sind die dann und gucken nicht mehr, ob auf der Spur neben mir vielleicht ein Auto mit 50 kmh ankommt. Das heißt, es ist mir schon ganz oft passiert, dass ich natürlich nicht gucke, was ist um mich herum, so, ich denke einfach, ja geh halt, ich bleib stehen. Und die Leute laufen los, als hätte ich denen praktisch jetzt die Straße abgesperrt und es ist immer kurz vor einem Unfall und ich denke, das muss ich mal hier sagen, winkt nicht einfach Leute rüber, weil die, da schalten sich dann kurz alle Sachen ab und man hat das Gefühl, das ist wie eine grüne Ampel und die gehen einfach los und ich glaube, ganz viele Unfälle passieren so. Ja, wobei die Regel müsste doch eher sein, die wir jetzt hier definieren können. Jeder guckt selber. Nee, der Winker, der Rüberwinker übernimmt nur die Verantwortung für sein Fahrzeug. Ja, klar, vor Gericht. Geste zu verstehen, dass er stehen bleibt, aber der Gesamtverkehr ist trotzdem weiter abzuchecken. Vor Gericht mag das dann am Ende die Argumentation sein, ist ja okay, ich will aber gar nicht, dass einer plattgefahren wird. Ich möchte jetzt irgendwie darauf hinweisen, auf diesen Umstand, weil das ist eine psychologische Sache. Das hat was mit Erziehung zu tun und mit so einer Höflichkeit im öffentlichen Raum, weil ich bin auch anfällig für sowas. Wenn ich sehe, da irgend so ein Typ, den ich nicht kenne, der hält mit seinem Auto extra an, damit ich rüberlaufen kann, dann möchte ich den jetzt nicht noch warten lassen. So, und dann laufe ich sofort los. Aber ist es nicht interessant, dass du sagst so, du möchtest nicht, dass jemand überfahren wird, das gehört für dich zur Höflichkeit dazu, jemanden auch da durchzuwinken. Du sorgst dich um ihn auf seinem Weg. Was kommt jetzt für eine Gemeinheit? Und er, hier in Lund, denkt nur, wie er, falls da jemand überfahren wird, da gerichtlich nicht belangt werden kann. Ja, ja, das ist aber typisch. Das lässt auch schon tief blicken schon wieder. Das ist typisch, ja. Du bist ein richtiger Winkeladvokat. Du hast ja Jura so ein bisschen so probiert zu studieren oder wie sagt man? Ja. Ja, also irgendwie so war es da mal. Anstudiert. Anstudiert. Also angespielt. Also ein Praktikum innerhalb einer Universität. Geprobt. Jura-Praktikum. Ja, genau. Aber im Alltag doppelter Doktortitel hat man so den Eindruck. Weil er weiß zu jedem weiß er den Paragrafen. Ja, aber kann das nicht, wenn man sich für Jura interessiert, kann doch nicht das Ziel sein, die Lücken des Systems auszunutzen. Sondern dann ist man doch Fan von Recht und Gesetz, oder? Law and Order müssen doch deine zwei besten Freunde sein. Nee, eigentlich Leute, die Jura studieren, lieben es sich so aus Sachen raus zu manövrieren. In den Graubereichen des Gesetzes. Wo hast du das schon mal getan und was kannst du hier berichten davon? Ja, das ist die richtige Frage. Also, ich muss das im Grunde, kann ich es nur so erzählen, wie es ja auch tatsächlich vorgefallen ist. Und da hat der Unrechtsstaat Deutschland mir übel mitgespielt. Und Gott sei Dank hat vor Gericht sich irgendwann ergeben, dass doch Bürger Jakob Lund recht hatte. Also, ich war mit meinem Auto unterwegs, wurde angehalten von zwei Polizisten in Zivil und die haben mir dann fälschlicherweise unterstellt, dass ich mit meinem Handy telefoniert habe. Was ja bekanntermaßen nicht erlaubt ist. Deswegen würdest du das nicht machen. Und deswegen liegt mir nichts ferner, als mit dem Handy zu telefonieren, ohne eine Freisprecheinrichtung zu verwenden. Und als die Polizisten mich angehalten haben, habe ich das einzig Richtige gemacht. Ich habe gesagt, ich möchte hier keine Stellung beziehen. Und da haben sie gesagt, ja, aber zeigen Sie doch mal das Handy. Aber ich habe gesagt, ich möchte hier keine Stellung beziehen. Sie haben doch hier gerade mit dem Handy telefoniert gesagt, ich werde mich dazu später schriftlich äußern. Wie so ein Automat. Und da habe ich gesagt, alles Liebe, alles Gute, wir sind weggefahren. Und jetzt war es natürlich so, dass wir in einer Demokratie leben, in einem Rechtsstaat. Gott sei Dank. Und dass unbescholtene Bürger wie ich, dass die natürlich das Recht haben, sich vor jedem ordentlichen Gericht gegen einen Bescheid, der 117 Euro gekostet hätte, vorzugehen. Und da ist es auch richtig, dass Richter und Staatsanwälte sich Zeit nehmen für so einen Fall, dass es eine ordentliche Zeugenbefragung gibt und dass ich dazu aussagen kann. Und so habe ich beschlossen, mich selber vor Gericht zu vertreten. Du bist da hingefahren. Das muss man kurz sagen. Ich habe erst mal, habe ich es zum Gerichtsprozess kommen lassen. Nochmal. Er hat gerade im Nebensatz gesagt, er hat sich selber vertreten. Habe mich selber vertreten. Juristisch. Und ich habe beschlossen, dass ich diesen Fall ganz alleine durchstehe. Das sind immer die... Weil ich ja rechtlich auf der richtigen Seite bin. Denn, was war geschehen? Und da muss ich sagen, Leute, zu Recht kann man da auch ein bisschen kritischer gucken, weil ich habe ja immerhin ein großes Missverständnis entstehen lassen. Ein Missverständnis, was so vom Gesetz eben nicht ganz abgedeckt ist. Das war passiert. Und da kann ich auch die lieben Polizisten mal stehen, dass sie da gewissermaßen ja so ein bisschen da verwirrt waren auch. Was ist denn in der Wahrheit, in der Echt passiert? Ja genau, fragst du Recht. Im deutschen Recht gilt ja ein Grundsatz. Indubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Das heißt also, wenn genug Zweifel da ist, muss man natürlich immer für den Angeklagten entscheiden. Hast du auch gesagt, hast du auch, sag mal mal, hast du deine Anfangsrede, hast du das begonnen mit, wie schon Platon sagt? Nein. Ich habe dem Richter einfach als Mensch und Bürger Jakob Lund erzählt, was vorgefallen war. Nämlich saß ich im Auto und ich hatte ein schwarzes Diktiergerät und das sah witzigerweise so aus wie ein iPhone. Witzigerweise. Und es ist aber so, dass man im Auto eigentlich gar nichts darf, was mit dem Handy zu tun. Man darf es nicht mal aufnehmen, aber man darf ein Diktiergerät besprechen im Auto. Und witzigerweise sieht meins so aus wie mein Handy. Und witzigerweise bin ich ja beruflich auf Ideen angewiesen und habe in diesem Moment, als die Polizisten in mein Auto geschaut haben, mein schwarzes Diktiergerät besprochen mit neun frischen Witzen und da ist wohl offenbar ein Missverständnis. Das Diktiergerät war auch frisch. Herr Wilhelm Eidt, da ist es zu dem folgenschweren Missverständnis aus Sicht der Beamten gekommen, weil die natürlich auch in der Befragung gar nicht mehr richtig ausschließen konnten, dass es ein Diktiergerät gibt, was so aussieht wie ein iPhone. Herr Markus Krebs, darf ich kurz dazwischenfragen, als Sie Ihre frischen Witze eingesprochen haben. Nein, auf einer Skala von 1 bis 10. Ja, weil der Richter, der ja nun Jura zu Ende studiert hat und nicht nur Anwalt, sondern sogar Richter wurde. Ein beeindruckender Mann, der da vor mir ist. Ganz beeindruckender Herr. Und man kann sich jetzt vorstellen, das Ganze, du hast das jetzt ja in einer Breite erzählt, also da muss man ja normalerweise ein Buch von Schirach lesen. Das war der Start gegen Jakob Lund. Ja, bis man das so in diesen Details hier mal so aufgeblättert bekommt. David gegen Goliath. So, wie sehr auf einer Skala von 1 bis Fuck you hat er dich gehasst? Der Richter hat gesagt, passen Sie mal auf Herr Lund, das was ich hier gerade sehe, ist eine bodenlose Unverschämtheit. Sie klauen uns hier allen Zeit. Und dabei haben die Leute, da waren leider noch Leute im Publikum. Ein öffentlicher Plan. Deine Fans? Nein, das war richtig peinlich. Die haben nämlich gelacht, als ich das versucht habe, natürlich sehr, sehr ernst vorzutragen, was natürlich geschehen war. Und weil man darf natürlich nicht grinsen dabei, das wäre ein großer Fehler gewesen. Und er hat eigentlich nur gesagt, wir lassen das jetzt auf sich beruhen, ich will Sie nie wiedersehen. Und dann habe ich gesagt, kann ich verstehen, Herr Richter, wünsche Ihnen alles Gute. Alles Gute, alles Liebe, hier Jakob Lund. Wo nimmst du die Nerven her, da zum Gericht zu fahren? Du hast ja einen halben Tag gehalten. Schmetti, das ist so, wenn einem Unrecht getan wird, dann muss man sich verteidigen. Jetzt wirst du schon wieder ausgerastet. Ja, sorry. Aber ich bin einfach jemand, ich bin wie Aaron Brockovich. Wenn da jemand was ins Trinkwasser kippt, dann werde ich einfach stinksauer, muss ich mich verteidigen. Ja, aber ganz ehrlich, Aaron Brockovich macht das ohne Geld für andere Leute. Ja, das ist ja... Nicht wegen 117 Euro für sich selber und dann noch der Staat, der praktisch noch die ganzen Kosten trägt für diese Scheiße da. Glaubst du da, in dem Moment, wo ihr dann da sitzt, ja, da wird in dem Gerichtssaal auch das Licht angemacht, da wird auch Strom verbraucht. Ja. Ja. Für diese Kacke. Also das muss ich wirklich sagen, das finde ich, ich finde das witzig, wenn du das so erzählst, aber ich finde das richtig irre, dass das im echten Leben stattgefunden hat. Wenn ihr das nächste Mal zu Unrecht von Richtern gezogen werdet, könnt ihr auf meine Unterstützung nicht zählen. Wie ist das denn eigentlich, wenn ich jetzt sage, ich habe zwar keinen Anwalt, aber ich habe Jakob Lund. Aber ich habe Jakob Lund. Könntest du mich einfach, auch ohne, dass du jetzt tatsächlicher Anwalt bist, könntest du mich vor Gericht vertreten? Better call Lund. Ja. Würde das gehen? Ich glaube nicht, nee. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass wir in einem Rechtsstaat leben, wo das ausgeschlossen wird. Ich finde es so krass, dass du so ein Pech hattest, dass du da in dein Diktiergerät die Witze rein sprichst. Und ausgerechnet, dann fährst du an der Polizei vorbei und die denken, es wäre ein iPhone. Also du armer Teufel, du. Ich bin mal von der Polizei angehalten worden und wisst du auch warum? Ich habe... Wollt nicht mal, wollt ein Autogramm? Nee, ja, das ist mir auch schon mal passiert. Das passiert, ne? Ja, die haben den Halterabfrage gemacht. Fanboys? Waren das Fanboys? Du Fanboys! Du Fanboy! Fährst mir hinterher. Aber die, es war tatsächlich mal so, dass ich so rausgewunken wurde und dann kam ein Polizist und haben gesagt, wir haben eine Halterabfrage gemacht und wussten, dass die da drin sitzen. Und dann hat ein Polizist, der hat dann ein Foto gemacht und der andere hat sich die ganze Zeit entschuldigt für seinen Kollegen. Und ich habe dann irgendwie, also ich hatte es nicht eilig so, aber fand ich schon, war, fand ich schon... Erstaunlich. Erstaunlich, ne? Dass ich da so, ich dann da so aussteigen muss und so. Also, dass der nicht praktisch, dass er also nicht mit gezogener Waffe nach dem Foto gefragt hat. Weil normalerweise sollen Polizisten ja den Willen des Staates exekutieren, nicht den eigenen, ne? Ja, aber vielleicht will ja die Bundesrepublik Deutschland auch mal ein Foto mit mir machen. Aber, ne, was ich, ich wurde mal angehalten und das zum Thema Müdigkeit am Morgen, was einem da alles so passieren kann, ne? Ich bin irgendwann mal losgefahren zu meiner Ausbildungsstätte, damals als Friseur und ich hatte damals einen Mutterroller. Hab ich schon mal vielleicht erzählt, aus der Michael-Schumacher-Kollektion. Da stand überall Michael Schumacher drauf. auf dem ganzen Ding, ja. War der rot auch? Der war rot. Der hat so weißer Schriftstuch, ich kenn die Rolle. Das war ein Sim-Red-Devil aus der Michael-Schumacher-Kollektion. Weil der dieselbe immer gefahren ist. Hat er gesagt, die muss ich rausgeben. Nehme ich mal an. Ich glaube nicht, dass da damals einfach nur ein Lizenzgeschäft gemacht wurde, dass überall, wo man den Namen drauf geschrieben hat, er ein paar Mark kassiert hat. Vor dem Rennen hat er überlegt, nehm ich jetzt den. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das so war. Kann ich mir nicht vorstellen. Auf jeden Fall bin ich mit dem Ding losgefahren und dann hielt mich die Polizei an und die sagten, angehalten und dann sag ich, ja, was ist denn los? Was ist passiert? Ja, können Sie sich nicht vorstellen, warum wir sie angehalten haben. Da habe ich gesagt, ne, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, sie haben keinen Helm auf. Da bin ich, müde wie ich war, ohne Helm, einfach losgefahren. Nicht in Italien. Wie müde kann ein Mensch sein? Wie müde kann ein Mensch sein? Ich bin einfach ohne Helm losgefahren, bin mitten auf der Straße, wie ein Verrückter. Ich war vor, ich eine Hose anhatte. Aber da habe ich auch eine Frage. Haben die dich davon kommen lassen? Nee. Nee. Nee, nee, in Oldenburg, das ist ja ein Kapitalverbrechen. Die sind ja froh, wenn da irgendeiner mal aus der Reihe tanzt, damit da mal was zu tun ist. Was meinst du, dass in Oldenburg alles geahndet wird? Das ist wie in Singapur. Wenn du da auf die Straße spuckst, kostet 500 Mark. Werbung. Die Corona-Zeit hat wahrscheinlich jeden Bereich unseres Lebens stark beeinflusst. Aber für Cineasten und Filmliebhaber, zu denen ich mich am Rande so ein bisschen zählen würde, war das Schlimmste auch, dass die großen Kinos, die kleinen Kinos, die Programmkinos dicht gemacht haben, über fast ein halbes Jahr und wirklich ums Überleben kämpfen. Und seit diese Kinos abgeschlossen sind, ist aber fast zeitgleich so der erste Trailer für Christopher Nolans neuen Thriller Tenet herausgekommen. Und der Starttermin musste immer wieder verschoben werden wegen Corona. Was wirklich dazu geführt hat, dass Tenet mittlerweile für eine ganze Kinobranche irgendwie der Hoffnungsträger ist, dass das der Startschuss ist. Jetzt kann man wieder ins Kino gehen. Jetzt sind die Lichtspielhäuser wieder eröffnet mit dem wahrscheinlich interessantesten und spannendsten Film, den wir in dem Jahr zu sehen bekommen. Christopher Nolan, bekannt dafür, dass er so alle zwei, drei Jahre einen Film rausbringt, der wirklich nochmal zeigt, so was das große Kino kann, ob es Interstellar ist, wo man wirklich Bilder sieht, die man so noch nicht gesehen hat. In Inception weiß jeder, da wird Paris umgeklappt. Das sind einfach Bilder, die er schafft, die für die große Leinwand gemacht sind. Und so ist es auch mit Tenet. Es ist im Grunde ein Spionage-Thriller, in dem es darum geht, dass ein Agent den dritten Weltkrieg verhindern muss. Und es wird klar, dass wir in eine Welt eintauchen, in der die Gesetze der Zeit nicht zu gelten scheinen. Und da ist jetzt die Rede von, wenn man den Film sieht, von Inversion. Das heißt, es laufen Zeitstränge vorwärts und rückwärts und die werden miteinander verwoben. Ich sage mal so, das wird was fürs Gehirn. Das wird was fürs Visuelle. Ich hörte, der Soundtrack ist unfassbar gut. Erstmals, oder nicht erstmals, aber seit langem mal wieder ohne Hans Zimmer. Aber der Soundtrack muss einen schon so umblasen, zusammen mit diesen Bildern, zusammen mit einer Story, die einen zum Nachdenken, wo man immer dabei ist, wo man miträtseln muss. Ich glaube, da muss man gar nicht viel drüber sagen. Jeder, der sich einigermaßen fürs Kino interessiert, der will in diesen Film gehen und endlich wieder ins Kino gehen und da zu zeigen, dafür, für solche Filme wurden Kino gemacht. Und das ist Tenet. Und man kann ja sagen, Christopher Nolan hat sowas wie die Meisterwerk-Garantie. Also man kann keine schlechte Zeit im Kino haben, wenn Christopher Nolan der Regisseur ist. Du hast ja schon ein paar Filme genannt, Inception, Interstellar, Dunkirk, Dark Knight, aus der Batman-Reihe. Alles Christopher Nolan-Filme, alles großartige Sachen. Also man kann sich nicht vertunen. Er ist ein Blockbuster-Regisseur, der gleichzeitig aber auch immer den Anspruch hat, so neue Geschichten zu erzählen, irgendwie verstricktere Storys zu erzählen. Er schreibt auch selber mit, mit seinem Bruder oft die Drehbücher. Und hier spielt auch John David Washington mit, die Hauptrolle. Das ist der Sohn von Denzel Washington. Ach. Plus Robert Pattinson, der neue Batman. Der hat mir mal eine gescheuert, Denzel Washington. Der hat mir mal eine gescheuert. Ja, ja. Erzählt mal eine andere. Ich kann nur sagen, also wem soll man das jetzt sehen? Ich habe gerade auch mit Stephen Götchen gesprochen, während wir JKP7 aufgezeichnet haben. Der meinte auch, dieser Film ist so ein Knaller, den muss er noch zwei, dreimal sehen. Tenet kann man sich jetzt angucken. Ab jetzt im Kino. Werbung Ende. Was ist das für eine Berufskrankheit bei allen Polizisten des Landes, dass sie, wenn die einen anhalten, nicht einfach sagen, so hören Sie mal zu, Sie sind jetzt 20 drüber, also wir müssen Sie... Sondern dass sie immer sagen, na, was denken Sie denn, warum wir Sie angehalten haben? Die wollen, dass man praktisch zugibt, dass man Scheiße gebaut hat, damit das dann am Protokoll steht, oder? Nee, schlimmer. Wenn du, wenn ich sage, Sie wissen, warum wir Sie angehalten haben und du sagst dann, ja, ich bin zu schnell gefahren, hier ist ja nur 30, dann ist das vorsätzlich und das wird schwerer bestraft, als wenn du aus Versehen das gemacht hast und dir das nicht mal klar war. Das ist eine Hilfestellung von Polizisten? Nein, das ist keine Hilfestellung, die wollen nicht reinreiten. Eine Falle. Achso. Schmidt, wach auf. Andersrum. Wach auf! Schmidt, du musst endlich aufwachen. Also, was darf ich nicht sagen? Ich sage immer nur, ich möchte dazu keine Ahnung. Du sagst, ich heiße Thomas Schmidt, ich sage nichts. Nein, was werfen Sie mir vor? Ich möchte mich nicht äußern. Okay. Alles Liebe, alles Gute. Apropos, wir haben jetzt so lustig gemacht, wir haben ganz viele Witze gemacht über juristische Fälle und so kleine Bagatellen in unserem Alltag. Es gibt aber auch die schweren Kaliber. Und so ein schweres Kaliber, was vielleicht unsere aller Karrieren zerstören kann, ist auf meinem Schreibtisch gelandet. Oh nein. Was ist? Also keine Petites? Keine. Ja. Wir haben gar keine richtige Musik dafür, aber es ist wirklich, jetzt mal den Spaß beiseite. Ja, jetzt wirklich Spaß beiseite. Ich brauche A, juristische Beratung von dir, das kann immer helfen in solchen Fällen. Das ist sogar verboten, dass ich sowas mache, weil ich ja gar kein Jurist bin. Ja, vielleicht ein Vorbereitungsgespräch. Ja, so. So, irgendwas. Unter Freunden. Bevor wir zu Anwälten gehen. Und ich finde, wir sollten uns dahingehend auch alles, vielleicht spielt das auch eine Rolle, wenn wir über dein Lebenswerk sprechen, Klaas. Klaas, willst du auch bei mir in die Kanzlei kommen? Danke, aber was habe ich jetzt damit zu tun? Was habe ich jetzt schon gehört? Landet auf deinem Schreibtisch, wenn es um mich geht. Ich bin doch volljährig, warum landet das nicht auf meinem Schreibtisch? Bist du meine Mutter? Was ist los? Ich wünsche, dass sowas würde nicht auf meinem Schreibtisch landen. Wir haben wieder mal ein Fehlverhalten im menschen Ausmaßes auf... Pass auf. Ich lese einfach vor. Eine Mail. Vom Landeskriminalamt. Oh, was? Ja. LKA? Ja, LKA. Sehr geehrte Damen und Herren, unter dem Aktenzeichen wird an hiesiger Dienststelle ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gemäß Paragraf 223, 224 Strafgesetzbuch zum Nachteil des Herrn-Glaas-Häufer-Umlauf geführt. Also andersrum. Du bist das Opfer. Du bist das Opfer. In der Ausstrahlung von Joko und Klaas gegen ProSieben vom 26.05.2020 wurde Herrn-Häufer-Umlauf was angetan? Was? Ja gut, das ist mein Job. Aber was jetzt? Hä? Ich wurde gefährlich Körperverletzung und habe es nicht gemerkt? Was für ein krasser Typ bin wohl ich? Wurde Herrn-Häufer-Umlauf Salzsäure auf seine Hand getröpfelt. Richtig. Das stimmt. Also halt, Moment. Das habt ihr gemacht? Stopp, stopp! Klaas. Jetzt können wenige Worte darüber entscheiden. Obacht, ne? Ob deine lieben Freunde von der Florida TV Habt ihr doch gemacht? Moment! Oder dein lieber Freund Steven Geest oder dein lieber Freund Joko hier im Kitchen land. Deswegen möchte ich dich bitten, dass du dich jetzt absolut im Rahmen des Gesetzes verhält. Ja. Denn, wir alle gehen in den Knast. Ja. Wenn das hier eine gefährliche Körperverletzung war. Das ist die Anklage. Ja, das weiß ich doch nicht. Moment mal! Aber! Du weißt ja, Klaas, dass du in diese Körperverletzung eingewilligt hast. Ja. Wie zum Beispiel auch beim Arzt. Ja. Wenn der Arzt dir in deinen Arm schnallt, weil da was raus muss, dann ist das auch erstmal per Gesetz eine Körperverletzung. Dann musst du doch gar nichts raus aus meiner Hand. Dann ist das auch erstmal eine Körperverletzung. Wenn man aber einwilligt zum Ärztlichen Eingewilligt, dann ist das vom Gesetz in Ordnung. Einwilligung und die Körperverletzung. Ganz ehrlich, du hast gesagt, § 228 Strafgesetzbuch. Und ich glaube, Klaas, dass du da sehr massiv eingewilligt hast. Also, ich möchte jetzt auch mal was sagen. Du hast gesagt, ich soll mich im Rahmen des Gesetzes verhalten. Und ganz ehrlich, ich habe hier keinen Grund zu lügen. Ich werde hier gequält. Moment! Das müssen wir piepen. Ich bin nicht bereit, für den, der in den Knast zu geht. Das sage ich dir ganz offen. Dann verlasse ich den Podcast. Ich gehe nicht für den, der in den Knast. Natürlich verlässt du den Podcast. Ich bin einer, der ist nach einer Minute im Knast tot. Und das wisst ihr. Da gibt es schlechtes Essen. Da gibt es keinen Kaffee. I take the chicken, please. Da bin ich seelisch tot nach einer Sekunde, körperlich nach einer Minute. Du musst ja extra sagen, dass du den Podcast verletzt. Die hol dich hier ab und dann gibt es kein Internet mehr. Jetzt lass uns das mal aufrollen wie bei Zeitverbrechen. A, müssen wir, auch das, du bist völlig von Sinnen, Jakob. Ich bin auf der Anklage, Mann, Schmetti! Jetzt mal Ruhe. Du musst jetzt erst mal die Zuschauer abholen. Wir haben bei Joko und Klaas gegen ProSieben ein Aushalten gespielt. Ja, so war es. Und da gab es eine Apparatur, in dem jemand, nämlich in dem Fall Klaas, seine Hand in diese Apparatur halten musste und dann ist ihm langsam Salzsäure auf die Hand getröpfelt, während Joko irgendeinen Blödsinn machen musste. Er hatte voll eingewilligt. Darf ich auch zwischendurch machen? Und es war ganz sicher, dass Stephen Getchen, und so habe ich es in Erinnerung, gefragt hat, Klaas, bist du dir der Risiken bewusst, was es bedeutet, Salzsäure auf die Hand tröpfeln zu lassen und willigst du dem ein für das Amüsement des Zuschauers? Und Klaas, so einwillig, einwillig, ich will das auch, wenn das so gewesen wäre, dann kann man das ja sich im Fernsehen angucken. Ich persönlich erinnere mich nicht daran, da eingewilligt zu haben. Das schneidet man doch raus, wegen der Show, du hast da gesagt, ich willige ein und da haben wir das rausgeschnitten, damit es ein bisschen... Also ganz ehrlich, was muss ich denn noch alles ertragen hier? Ich werde hier gefoltert von euch, so und dann soll ich das noch witzig finden, ganz ehrlich, da gibt es also momentan hier am Berliner... Gefoltert, gefoltert, hast du das gehört? Da gibt es hier am Berliner Landesgericht, gibt es momentan Prozesse, da geht es um weniger. Ja, und ich soll jetzt hier für euch lügen, damit ihr wieder gut aus der Nummer rauskommt. Was wollt ihr noch, eine Generalvollmacht? Ja, ja, nehmt doch alles, was ich habe. Ihr bespritzt mich mit Salzsäure und ich soll das noch witzig finden. Klaas, wir machen es so schmin, ich habe eine Idee. Vertraue mir. Klaas, ich verstehe, was du möchtest und du möchtest hier natürlich nicht lügen und du möchtest hier ein ehrlicher, aufrichtiger Typ sein. Deswegen würde ich dich jetzt bitten, auch in einer absoluten Ruhe, wir sind ganz still, sagst du nochmal den Satz, ich habe nicht eingewilligt in die Körperverletzung. Gemäß § 228. Sag das doch einfach mal. Dass die Leute das wirklich auch wissen. Bitteschön. Bitte. Ich habe nicht eingewilligt in die Körperverletzung. Gemäß § 228. Gemäß § 228, jetzt schneidet ihr Wichser. Jetzt hat es ja jeder gehört. Vielen Dank, Klaas, dass du das nochmal so in aller Offenheit hier gesagt hast. Da bin ich dir sehr dankbar. Ich bin froh, dass ihr mich nicht... Bist ein gerader Typ. Ich finde gut, dass ihr mich nicht in so eine Ecke drängt hier. Ja. Finde ich super. Sagen wir mal, ich habe hier noch ein Gegenwartsphänomen, das ich mit euch besprechen möchte. Lars Ijoma. Und ich möchte, dass das kein Gegenwartsphänomen mehr ist. Ich habe das Gefühl, ich möchte eine weitere Formel unserer Zeit, die unsere Gesellschaft offenbar, eine Grußformel, möchte ich jetzt verbieten. Du willst wieder was verbieten. Was an Sprachgebrauch sprechen. Ja, weil ich das nicht mehr hören kann. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Es hat sich irgendwie so durchgesetzt, dass viele Leute, die wollen einem fröhlich Hallo sagen. Die wollen einem so fröhlich Hallo sagen und auch sagen, sie sind so unkomplizierte Kumpeltypen und so. Und es ist irgendwie so ein bisschen modern, ist auch so ein bisschen großstädtisch. Und das machen mittlerweile alle und das hat gar nichts damit zu tun, dass das irgendwie so ein bisschen eine Leihgabe einer anderen Sprache ist. Sondern es gibt so viele Leute, die sagen immer so Hello. Kennt ihr das? Ja. Wenn so Leute sagen Hello. Na, oh, wie geht's euch? Schön, dass ihr da seid. Hello. Und dann wird sich so ein Küsschen links, Küsschen rechts gegeben. Hast du uns nicht genau so begrüßt heute Morgen? Nee. Überhaupt nicht. Auf keinen Fall. Weil die hier mitten in der Nacht zu Studio Bummens gefahren sind. Nee, aber dass man so sagt Hello. Ich sag auch manchmal Hello. Das ist so ein Ding. Woher kommt das? Dass alle Leute sagen Hello. Ich wette, es kommt aus Köln. Na, wie geht's euch? Hello. All so ein Quatsch kommt immer aus Köln. Ich schwör's euch. Genau wie ihr Lieben. Als Grußformel für alles. Oh, das kann ich auch nicht sagen. Ihr Lieben. Das ist so ein Aufnahmeleiterkrankheit. Hello. Das ist so eine Bürosache, dass man so Ihr Lieben, Hello. Ihr Lieben, dann würdet ihr bitte den Kaffee wegbringen. Also es ist immer in Kombination mit einer Geschirrspüler ausräumen. Zum Beispiel. Ihr Lieben. Oder die Anklage, dass man seine Essensreste wegmachen muss. Also Ihr Lieben. Es wäre sehr nett, wenn wir uns darauf einigen könnten, dass so. Und du willst jetzt nicht mehr durch Hello begrüßen. Hello. So wird das auch oft gesagt. Hello. Na, wir haben uns ja lange nicht gesehen. Hello. Oh, ich hasse das. Wie willst du denn gern begrüßt werden? Hallo. Oder Guten Tag. Oder sehr geehrter Herr Holfer Umlauf. Gumu. Gumu, sehr geehrter Herr Holfer Umlauf. So kann ich morgens begrüßt werden. Aber hello. Na, warst du in der Sonne? Ich kann das nicht ab. Das sind wie so Leute, die eigentlich beim Radio moderieren. Aber in echt. Die haben so dieselbe druckvolle, gute Laune, die mir da entgegenknallt, wie so Radiotypen, die mir auch auf den Nerv gehen. Und dieses Hello. Das nimmt immer perversere, also Ausmaße an. Liebes Landeskriminalamt, Sie merken, dass dem Mann längst mal Salzsäure auf die Hand geschräufelt wird. Ja, das wollte ich nur mal so sagen. Ich war, es fällt mir nicht leicht, das zuzugeben, aber ich war bei der Maniküre und Pediküre. Aber ich muss es zugeben. Manipedi? Ich habe eine Manipedi hinter mir. Ich muss es zugeben. Jakob, das hatte ich auf meiner Liste hier. Ich wäre zu dem Thema noch gekommen, da mit deiner Pediküre und Maniküre. Ja, aber kann ich... Hast du das mitgekriegt? Das habe ich mitgekriegt. Ja. Wir wollten, ich dachte, ich tue Jakob mal so einen Gefallen. Und der geht ja, wenn wir in München sind und da aufzeichnen, jeden Morgen geht der dann Kaffee trinken, weil er sich dann fühlt wie in Italien. Da hat er so einen Kaffee, dann trinkt er so einen Cappuccino und dann sagt er, er ist ja ein glücklicher Mensch. und dann dachte ich, gehst du mal mit und er hat, komm, Jakob, am Mittwoch gehe ich mit dir mal Kaffee trinken. Da stehe ich morgens früher auf und dann gehe ich mit dir Kaffee trinken. Wie viel Uhr gehst du Kaffee trinken? Wie ist das dann? Halb neun, neun. Ja. Okay. Dann gehe ich in die Badzentrale. In die Badzentrale. Natürlich. Das ist wie in der Toskana und so. Aber da bin ich da mit, wollte ich da mitgehen und dann meinte er so, ja, nee, also morgen ist schlecht, morgen habe ich da keine Zeit. Und dann, Jakob, aber was ist denn, du lebst dafür, für dein Cappuccino in der Badzentrale. Und dann hat er die Katze aus dem Sack gelassen, dass er da Maniküre, Pediküre. Und hast du dir, hast du French Nails jetzt an den Füßen? Nein, ich habe das, das war so männeriger. Weißt du, das ist ja, schlaue marketing Leute haben ja irgendwann erfunden. Gentleman's, Gentleman's Pediküre. Genau, da kriegst du erst so einen Nagel im Fuß gerammt, eine gescheuert und musst einen Whisky trinken. Das gibt es ja auch Barbershops, wo so eine männerige Männeratmosphäre ist. Ja, so ein Engländer mit so einem karierten Anzug, der das dann so ganz cool macht. Mit dem muss man auch die ganze Zeit Englisch sprechen, ganz schwierig alles. Das habt ihr alles gemacht und dann hat er deine Füße gefeilt. Nein, das war eine Dame, die das gemacht hat, die die Hände und die Füße gemacht hat, damit die einfach ordentlich aussehen. Und das Problem war, deswegen bringe ich das Thema auch nur auf, es gibt Berufe, da ist es von essentieller Wichtigkeit, dass der berufsausübende Smalltalk beherrscht. Und wenn das nicht so ist, dann ist das wirklich ein Problem, weil das Ganze hat knapp eine Stunde gedauert und ich habe immer wieder Smalltalk-Angebote gemacht. Zum Beispiel? Ich habe dann zum Beispiel gesagt, ach Mensch, das ist ja hier eine tolle Lage direkt am Victor-Ai-Markt, da ist auch bestimmt, da kommen auch viele dann so Laufkunden, nehme ich an. Ja, bei der Pediküre kommen viele Laufkunden. Dann sagt sie, ja. Dann sage ich, ja und wie seid ihr so durch Corona gekommen, wie lange hattet ihr zu? Zwei Monate. Da habe ich gesagt, ja das ist ja auch spannend, dass man schneidet sich immer so selber die Nägel und man weiß gar nicht, wie man das so richtig macht. Wie hast du dir denn da so das Wissen angeeignet? Ja, das muss man ja wissen, das kann man ja nicht arbeiten. Ja, ich glaube, die Frau hatte deine Füße in der Hand. Da ist sie ja gewohnt. Aber die ist doch nicht gewohnt, deine Füße in der Hand zu haben. Nein, aber Normale Füße kennt die. Ich habe normale Füße, weil ich ja zu sowas hingehe. Und da will ich nur sagen, es gibt Berufe, da ist das wichtig, dass man das macht und ich bin schon ein sehr guter Smalltalker. Ich mache Angebote und ich erwarte einfach, damit die Awkwardness, die Creepiness der Situation, dass ein fremder Mensch meine Fußnägel macht, wird durch einen guten Smalltalk. Und du glaubst, dass du durch ein bisschen Scheiße reden diese Situation überdecken kannst. Ja, natürlich. Das ist doch Quatsch. Die wird doch nur noch verrückter, indem man so tut, als wäre das ganz normal. Also ganz ehrlich, dann lieber aushalten, dass das jetzt mal kurz nicht normal ist, als jetzt noch so noch verrückter so zu tun, als wäre das hier ganz normal. Das ist die Grundregel. Ihr habt den Vertrag abgeschlossen. Sie hobelt dir die Füße und du hältst dafür deinen Maul. Nix da. Und du hast dir mit dem Vertrag da widersprochen. Nix da. Wenn man zum Friseur geht, Klaas, und das ist ja dein Home-Turf. Ja. Das ist auch eine weirde Situation. Das ist ja was ganz anderes. Das ist auch eine, da sind schuppige Kopfhaut, fettige Haare und da will man, dass der Friseur, die Friseurin eine Atmosphäre herstellt, wo man sich damit wohlfühlt, dass das jemand macht. Ja, verstehe ich. Bei Haaren ist das ja auch in Ordnung. Haare trägt man auf dem Kopf, die sieht man bei jedem und so. Füße sind ja nicht ohne Grund eingepackt in Socken und Schuhe. Ja, die sind jetzt nicht so wunderschön, dass man die jetzt so ins Schaufenster stellt, seiner eigenen Person. Ihr zäumt das Pferd von der falschen Seite. Eure Füße, die sind verwarzt und verwahrlost. Das stimmt nicht. Wie vom Neandertaler. Und meine Füße, um die wird sich gekümmert und die sind schön aus. Du brauchst ja auch schöne Füße, wenn du mal wieder vor Gericht auftauchst. Um den Richter zu beeindrucken, hast du deinen Sandalen an. Ich will einfach erwarten, dass Leute, die in Smalltalk-Berufen arbeiten, dass sie das auch beherrschen. Ja, das verstehe ich schon. Du sagst auch nicht beim Friseur, Mensch, die Heidi Klum hat jetzt einen jüngeren Lover oder so. Und die hat jetzt den Tom, der ist ja auch jünger als die. Das ist immer so ein typisches Friseur-Gala-Thema. Die ist älter, die ist jünger. Und dann will man, dass der Friseur, der Friseur sagt, ja, es ist ja auch wieder die neuesten Bilder habe ich schon gesehen. Wenn dann jemand nur sagt, ja. Ist das schlimm? Das ist schlimm. Es ist ehrlich. Es ist einfach ehrlich. Ich finde, du bist so kaputt, dass du dir diese Ehrlichkeit nicht mehr zu schätzen weißt. Für dich muss alles Show sein. Dein Gelaber da. Also ganz ehrlich, ich war früher, wenn ich, also ich weiß ja nun, wie es ist. Ich sitze ja auf der anderen Seite des Tisches, habe lange genug da gesessen. Und ich weiß ja, wie dann so Leute, die im Prinzip nur labern wollen, da vorbeikommen. Da gibt es gar nicht viel zu schneiden. Ich will doch gar nicht labern. Doch. Ich will, dass die Situation weniger unangenehm ist. Auch zum Beispiel im Barbershop. Da interessiere ich mich dann da so rein, damit einfach nur ein Gespräch am Laufen ist. Aber es hat gar niemand nach dem Gespräch gefragt. Aber ganz ehrlich, was können die Leute für deine Unsicherheit? Sie hat offenbar diese Unsicherheit nicht. Und sie muss jetzt nicht durch irgendwelchen Krimskrams reden, muss sie jetzt gar nicht so tun, als sei sie unsicher. Sie ist offenbar sehr sicher. Hätte ich dabei einfach eine Netflix-Serie gucken können. Ja. Klar. Ist das nicht unhöflich? Nein. Kannst du vorher fragen. Und die wird dir, so wie ich sie jetzt einschätze nach deiner Beschreibung, eine ehrliche Antwort darauf geben, ob das okay ist oder nicht? Ist das für Sie okay, wenn ich hier diese, ich gucke noch meine Serie weiter, die spannend ist. Oh, sag, dritte Staffel, super, zweite war nicht so. Nein, ich möchte, dass sie sehr konzentriert dabei zusehen und mich volllabern, während ich dir die Füße hobel. Das wird ja nicht passieren. Also, ihr versteht das nicht. Nee, ich verstehe das nicht. Ich weiß schon, was du meinst. Das ist wie an der Rezeption. Du kommst an die Rezeption, dann möchte ich, dass sie sagen, und hatten sie eine schöne Anreise, dann sagt man so ein bisschen, ja, hier, dies, das. Das ist doch was ganz anderes. Du hast deine, ich sag's nochmal, du hast vielleicht auch eine verschobene Wahrnehmung darüber, wie deine Füße aussehen. Aber diese Füße, die tragen dich, Jakob, seit mehreren Jahrzehnten durch die Gegend. Ja. Man kann gar nicht, und ich werf dir auch nicht vor, dass deine Füße so aussehen, wie sie aussehen. Die sind ganz normal. Ich mache ein Foto von meinen Füßen und das als Begleitmaterial, damit die Leute mal sehen, wovon wir hier reden. Da ruf ich bei Instagram an. Ich ruf da an und lass dich sperren. Ich sperren dich. Und zwar völlig zu Recht. Und ich finde auch, also ich, guck mal, ich habe Zivildienst gemacht und ich habe da alles, alles habe ich da erledigt. Reicht es. Es gibt keine... Mir reicht es. Ey, lass es, lass es einfach. Ich zeige dir euch jetzt. Nein. Du bist völlig übermüdet. Sie sind frisch gemacht. Sie sind frisch gemacht, Klaas. Du bist völlig übermüdet. Und du erkennst das jetzt an mir. Reicht es. Ich brauche deine Anerkennung auf meine Füße. Hier. Schmidi, guck. Oh Gott. Guck mal. Nimm die Füße vom Tisch. Ich schwöre es dir. Ich werfe ein Glas nach dir gleich. Das ist der große Onkel. Ich werfe gleich mit diesem Glas nach dir. Das ist der große Onkel. Ich fühle mich wie Knossi, als er die Scheiße geschickt gekriegt hat. Aber wirklich, du bist völlig übermüdet. Du wirst dich richtig schämen dafür. Was für Sphären. Du dich hast selber abgleiten lassen hier. Du bist überhaupt nicht Herr deiner Sinne. Für mich wie bei Hotel Mats, wo man dann so alles dann so aus Versehen aus sich rausplaudert. Wo man so aus Versehen hingeht und aus Versehen vergisst, dass das aufgenommen wird. Man plaudert da so alles raus. Und dass man dann auch noch, genau, dass man so komplett die Wahrheit sagt. Ja, weil der Matze auch so gut fragt. Der Matze fragt sehr gut und der lässt auch nicht locker. Wenn man einmal im... Da dürfte ich nie hingehen. Bin ich erledigt. Auf jeden Fall. Der sagt eigentlich nur guten Morgen, wie geht's dir, Heineken 0,0 und sagt einfach nur so hallo und dann bin ich schon erledigt. Ja. Bin schon erledigt. Ja, so wird's auch... Hat er mich schon rangekriegt. So wird's 100% hier auf jeden Fall sein. Die eine Sache, die ich beim Zivildienst wirklich umgangen habe und ich hab mich viel umgegangen, weil ich hab alles gemacht und ich hab wirklich kein Problem mit irgendwelchen Sachen. Aber es gab so eine kleine, hutzelige Frau. Die war so 1,30 groß und sah aus wie Rumpelstielchen. Und die kam einmal die Woche und hat das gemacht, was Omas am meisten lieben, nämlich praktisch... Also da werden nicht mehr größere Schuhe gekauft, sondern da werden die Füße so klein geschnitten, dass das in die alten reinpasst. Wie bei Aschenputtel. Und das sind einfach... Drumherum ist so eine Art... Wie beim Autoscooter, weil dieser Gummiregen auf dem Autoscooter... An den hab ich grad gedacht. An den hab ich schon gedacht, ja. So aus Hornhaut. Ist irgendwann um Oma-Füße, weil die halt teilweise 80, 90 Jahre da... Gelaufen sind. Die dicken Omas durch die Gegend transportieren. Und das heißt also, da sind dann da... Ja, die Hühneraugen gucken praktisch in jede Richtung und sind ganz neugierig, blicken die aus den Schuhen raus. Die Hühneraugen, die Linsen, die Linsen manchmal schon durch den Hosenbund. Und dann kommt einmal... Also wie gesagt, alles, ne. Ich hab davon... Und das tut mir dann auch immer so leid, wenn die Leute da irgendwas haben, was dann... Was man eklig finden kann. Weil irgendwelche Kotbeutel, die man leert oder sonst was. Oder jemand kann sie nicht selber pflegen und so. Ich hab dann so richtig... Das Freude... Da hab ich richtig Freude dran gehabt, weil ich immer das Gefühl hab, wenn ich... Wenn ich so den Leuten die Scham nehme, dann mach ich was richtig Gutes. Und deswegen... Also hab ich mich nicht nur meinen vermeintlichen Ekel überwunden. Den hatte ich gar nicht, sondern ich dachte, ich will denen jetzt helfen, weil ich mir vorstellen kann, dass das bestimmt sich nicht gut anfühlt, wenn man das nicht mehr alleine kann. Die eine Sache, die ich nur umgehen wollte, war, wenn die kleine, hutzelige Fußpflegerin, wenn die da war. Weil da wolltest du... Dann bin ich ja manchmal so ins Zimmer reingeplatscht. Weißt du, hast du so ein Stückchen Kuchen um drei und willst dann halt... Oder 14, 30 gab's immer Kuchen und dann bringst du halt den Käsekuchen rein, machst die Tür auf, sagt, Hallo Frau Holl, hier ist Käse... Und dann geht man wieder zurück, weil dann ist die da gerade bei und diese kleine, diese Oma sitzt dann da so auf dem Bett, hat da wie der Steinbeißer, lässt die so baumeln, die Füße und diese kleine Frau, die sitzt da so ganz nah davor, macht so... Mit so einer kleinen Pfeile und arbeitet da rum mit so einem kleinen Werkzeugkasten des Grauens und wirklich, du hast das Gefühl, da liegt wirklich so ein 12 Zentimeter hoher Haufen Parmesan daneben und dann ist sie bald fertig. So, guten Morgen. Ich würde mich eher bei den Marines melden als da, ne? Bei der Fußpflege ist das härteste, was man... Kampftaucher. Lieber würde ich in Frankreich sieben Tage lang in eine Höhle tauchen, ohne die Gelegenheit zu haben, aufzutauchen, unter Wasser essen, trinken und schlafen, als Fußpfleger auf der geriatrischen Abteilung zu werden oder nur dabei zuzuschauen. Praktikant bei der Fußpflegerin. Ja. So jetzt, so Sachen müssen wir auch mal besprechen. Ja, also nur menschlich. Naja, und du hast hier die Tür aufgestoßen zu solchen Themen. Ja, dann darfst du mal hier meine Hand. Ja, deine Hand ist wunderschön. Siehst du? Ja, finde ich sehr gut. Aber das, ja, das sind so Dinge zum Beispiel, ich musste richtig, ich sah richtig aus, ey. Ich bin den ganzen Sommer, wenn wir jetzt, sollen wir noch einmal kurz über Füße reden oder soll was lassen? Ja, können wir das mal einfach lassen. Ganz, ganz kurz. Nächste Woche wieder. Erzähl. Naja, ich hatte jetzt das Ding, du hast ja irgendwie gesagt, man muss nach dem Urlaub mal nach drei Wochen dann wieder seine Hose anziehen, hast du immer mal gesagt. wenn es wieder losgeht. Bei mir war das wirklich mit Schuhen und Socken. Ich habe drei Wochen oder so einfach keine Socken und keine Schuhe angehabt. Oh, herrlich. Überhaupt nicht. Ja, gut. Ja, und dadurch hatte ich dann, sah ich, hatte ich mir dann irgendwann auf alle Stellen, die kaputt waren, habe ich mir Pflaster drauf geklebt und ich sah eigentlich aus wie ein Kind, was sich so aus Spaß die ganze Packung Pflaster auf Beine oder auf dem Fuß geklebt hat, aber nur mit dem Unterschied, dass unter jedem Pflaster wirklich eine Verletzung war. Ich sah echt aus, als hätten sie mich sonst wo rausgeholt und wieder zurück in die Gesellschaft integriert. Hat so mit dem gut geklappt. Du musst mal zur Fußpflege. Da mag ich nicht hin. Und wenn ich dir einen Gutschein schenke? Ja, meinst du, das liegt jetzt daran, dass ich ja kein Geld für ausgeben will oder was? Ja, dann gehen wir hin. Ja, wenn das umsonst ist, statt 20 Euro sparen kann, ja dann bin ich dabei. Dann bitte Nageldesign und sofort noch ein paar Steinchen draufkleben. Da hatten wir aber auch drüber gesprochen, weil du eben sagst, du magst da nicht hin. So geht es mir auch. Ich würde mich lieber erschießen, als zur Fußpflege zu gehen. Und das stimmt. Das stimmt wirklich. Das ist nicht so dahergesagt. Du würdest dich wirklich erschießen. Ja, ja. Und da haben wir auch drüber diskutiert. Du meintest, Jakob meinte halt, man muss so eine Schwelle, so eine Hemmungsschwelle so überwinden. Und das fängt meistens mal zur Massage gehen. Das ist die Einstiegsdroge. Und dann warst du da mal nackt auf dieser Pritsche und wurdest da durchgeknetet. Und ich habe dann überlegt, warum man da so Hemmungen hat und warum ich das nicht mache. Weil ich glaube, das wäre gut, wenn man mal so durchmassiert wird und sowas. Ich rede nicht von Fußpflege. Das ist völlig außen vor. Das wird nie passieren. Aber so das. Und dann kam mir der Gedanke, ihr kennt das, ich bin auch so ein Typ, ich habe zum Beispiel auch keine Reinigungskraft zu Hause, eine Putzhilfe, weil ich so einer wäre, der erst mal zwei Wochen sein Zimmer aufräumt. Also die ganze Wohnung putzt. Deutsch halt. Und so müsste es auch mit meinem Körper passieren, bevor ich zu einer Massage gehe. Ich würde erst mal ins Fitnessstudio gehen, mir so irgendwie ein Sixpack antrainieren, irgendwie Triathlet werden und so. Und dann denken, jetzt kann ich auch mal, kann ich auch einem Masseur das mal zumuten. Ach so. Das heißt praktisch, den eigenen Körper erst mal aufräumen. Erst mal renovieren. So. Körperlich renoviert. Ja, und dann da hingehen. Das heißt, du würdest dir selber erst mal die Fußnägel lackieren, bevor du überhaupt zu sowas hingehen musst. Ich würde quasi in die Fußpflegelehre gehen, erst mal drei Jahre, die dann 1a Pediküren und dann würde ich da hingehen. Ja. Es ist wie mit Reinigungskräften, wo man sagt so, ja, ich räume heute mal meine Wohnung, die wird im Grunde durchgeputzt, weil danach die Reinigungskraft kommt. Ja, 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 klar. Das ist ein sehr, ja, deutsches, aber irgendwie auch sympathisches Verhalten. Also, ich verpasse schon viel, das weiß ich. Wenn man das erste Mal bei der Massage war und da habe ich mich auch sehr überwunden, weil ich eigentlich auch vom Stamme der Schmittis bin, war. Ja. Und dann war ich bei der ersten Massage und habe wirklich Angstzustände und habe mich verteufelt, dass ich das gemacht habe und danach war es, als ob mein Körper neu zusammengeschraubt war. Ich habe mich leicht wie eine Feder gefühlt, Schmitti. Und dieses Gefühl, das ist es wert. Sag mal, jetzt so neue Wellnessangebote, es gibt jetzt mehrere Sachen, die ich ausprobieren muss, unbedingt. Es gab doch mal vor, weiß nicht, 15 Jahren oder so was oder noch länger her, da war so ein Riesenhype hier. Also, es gibt doch immer so Läden, wo immer mal neue Sachen drin sind. Also, vor ein paar Jahren war da Bubble Tea drin. Davor gab es die sogenannten Sauerstoff-Bars. Könnt ihr euch an die noch erinnern? In Köln gab es zum Beispiel, das hieß Oxygen Bar und so. Und da konntest du dann reinen Sauerstoff, den eine halbe Stunde reintanken. Was macht das Versprechen? Das Versprechen ist, dass dir dann besser geht, dass da alles besser belüftet ist im Gehirn und du kannst besser denken und überall ist also reiner, unverschmutzter Sauerstoff, vermutlich ist reiner, unverschmutzter Sauerstoff besser, als wenn man jetzt hinter so einem Auto steht und das einatmet. Aber jetzt auf den Organismus oder auch auf das persönliche Leben hat sich das jetzt nicht so stark ausgeweckt, als dass sich diese Dinger durchgesetzt hätten. So, das möchte ich jetzt einfach mal sagen. Es gibt ja jetzt nicht mehr so viele Sauerstoff-Bars. So, und da gibt es immer mal wieder so neue Sachen und die sind dann auch mal prominent platziert und dadurch, dass das aber immer ein Laden ist, zwischendurch ist dann dein Handy-Laden und dann kommt wieder so eine neue Scheiß-Idee. Und jetzt gibt es was Neues. Ach. In genau solchen Geschäften, habe ich jetzt gesehen in München, es ist so Kälteschock. Ja. Also, dass man bei minus 160 Grad oder irgendwie sowas, wird man da in so eine Röhre gestellt, Cryo, Cryo-Fit oder so. Cryo. Das ist das Ding. Und dann wird man da in so einen Kühlschracken da reingestellt und der soll so... Wie so ein umgekehrter Döner. Genau. Oder halt einfach wie ein sehr doller Kühlschrank. Ja. Und da steht man dann drin und dann sollen die Fettzellen irgendwie so abfrieren oder was. Ja, also so genau weiß ich jetzt nicht. Da werden jetzt wieder zehn Experten da aus dem Loch kommen und sagen, das ist alles viel geiler als Bubble Tea und halt's Maul. Und Cryo weiß man ja schon seit 100 Jahren, dass das super ist und so. Also da wird es natürlich gute Argumente dafür geben, dass da irgendjemand anders so ein Geschäft aufmacht. Die werden uns jetzt natürlich auch mit Nachrichten bombardieren, wie super das ist und ob wir das nicht mehr ausprobieren wollen. Aber wie viel könnte ich denn da wegbraten in so einer Stunde? Ja, also ich bin ja auch für sowas zu haben. Also wenn ich jetzt mich einfach nur da hinstellen würde und danach komme ich raus und sehe aus wie Michael Phelps, so stelle ich es mir ja vor. Ja. Dann würde ich natürlich mich sofort da einfrieren lassen. Auch für länger, wenn das jetzt zum Beispiel mein Leben verlängert. Ab wann ist man zu dick, um in diese Röhre zu kommen? Nee, die Röhren sind schon groß. Also da kann man... Ist da Spielraum. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube nur, dass wenn das so wirken würde, dann hätten wir alle schon davon gehört. Also wir haben davon, aber dann wäre das ja... Ich bin Early Adopter bei allem. Die haben gerade erst aufgesperrt. Ich habe noch gesehen, wie der Bürgermeister das Band durchgeschnitten hat. So neu ist das. Aber das war doch irgendwie... Das hat doch schon Mertesacker und so. Hat doch gesagt, ich hau mich jetzt in die Eistonne und so. Die Eistonne, das ist doch so ein Becken. Das ist was anderes. Das ist zur Entspannung der Muskeln und so weiter. Aber du denkst, da friert dein Fett ein und dann ist es gut. Dann denke ich nicht, das behaupten die. Ich weiß nicht, ob das klappt. Ich will Infos dazu. Und wenn das funktioniert, mache ich das natürlich. Würde ich das mit dir machen, Klaus. Ich würde auch, zusätzlich zu dem Sport, den ich so altmodisch mache, würde ich mir auch so eine Computerjacke da anziehen und meine ganzen Muskeln traktrieren lassen. Von irgendeinem EMS oder wie heißt denn das? Ja, mit diesen Elektroschocks. Naja, ist klar. Also, dass man dann da irgendwie so... In 20 Minuten macht man drei Liegestützen und alles ist geil. Das gibt es da irgendwo bei mir um die Ecke. Da würde ich auch mal hingehen und so. Wir könnten uns da anbieten, Klaus, als Vorher-Nachher. Dass du praktisch, du machst das ein paar Mal, bist dann das Nachher-Bild und ich würde immer das Vorher-Bild, für das Vorher-Bild zum Shooting kommen. Ja. Weißt du, da musst du gar nicht jetzt da extra zunehmen und da zehn flüssige Ben & Jerrys dir reinkippen. Komme ich kurz fürs Vorher-Bild und du machst nur noch so ein bisschen, dann bist du nachher. Ja, aber... Und wisst ihr, was ich auch mal machen will? Habe ich auch noch nie gemacht. Das ist jetzt schon nicht mehr so das Neueste, aber ich finde es trotzdem interessant. Bouldern. Richtige Scheiße. Parkour will ich machen. Nee, ich mache nur Parkuhr. Das ist die krassere Variante vom Parkour. Ich möchte Floating mal machen. Hä? Ja, weil ich glaube, dass das irgendwie krass ist. Das wäre auch was für dich, Schmid. Mit so Klangschalen, die da... Nein, nicht so was. Mit so vollgepissten Becken, wo da alle ficken und so und du kommst da als Dritter rein. Nein, nein. Ich rede doch nicht von... Nein, da bist du ganz alleine und dann machen die da neu Wasser rein. Es ist so, die Idee dahinter ist schon cool. Also, du bist dann zum Beispiel in so einem Deckel, da kommt so ein Deckel drauf. Es ist tiefschwarze Nacht da drin, ja. Dann ist das Wasser, da ist so ein ganz bisschen Wasser, Salz halte ich natürlich, dass du drauf schweben kannst. Das macht mich gerade so ein Ekel, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich misse da Fußpflege, jetzt hörst du mir mal zu, ne? Ja. So, und da ist also dieses Wasser, Salz halte ich, dass man so drauf liegen kann und so ein bisschen floated halt, ne? Und das Wasser hat exakt dieselbe Körpertemperatur, also hat praktisch Körpertemperatur das Wasser. Deswegen vergisst du irgendwann, wo das Wasser anfängt und wo die Luft aufhört und so. Das heißt, diese Grenze, das verschwimmt irgendwann und du merkst nicht mehr, dass du auf dem Wasser liegst. Und dann ist es ganz schwarz da drin und es muss unglaublich schnell die Zeit da drin vergehen. Und man schwebt durch Zeit und Raum offenbar, weil das eigene Gehirn irgendwann so den Kontakt verliert zur tatsächlichen Situation, weil das dann immer nicht mehr spürbar ist durch diese gleiche Temperatur. Und viele Leute kriegen dann auch Angst da drin, weil das dann so, man nicht mehr so richtig weiß, in welcher Position man sich befindet. Ich finde es aber hochinteressant und ich will das unbedingt ausprobieren, weil ich glaube, ich könnte mich mit so einer autogenen Taktik, könnte ich mich darauf einlassen. Ach. Und dann liege ich da. Ich weiß gar nicht, ob man das in Badehosen macht. Ich würde das natürlich super nackt machen. Ist ja klar. Das ist klar, ja. Damit ich eins bin mit dem Universum, weil das ist ja so, wie durch den Weltall zu schweben. Warst du nicht mal mit Violetta in so einer Muschel und war das nicht so ein Floating-Ding? Ja, das stimmt. Da war aber kein Wasser drin. Außerdem haben wir die kaputt gemacht. Wie nackt warst du? Gar nicht. War keiner nackt. Violetta war zwischendurch nackt. Frage mal Patrick Wollny. Zwischendurch war die sehr nackt. Ja, ja. Ja, aber das hatte nichts mit dem Dreh zu tun. Die hat sich zwischendurch einfach ausgezogen. Das war so, ja. Das fragt man jetzt nicht nach. Ich habe aber auch was entdeckt. Also ich sehe ja auch immer hier dieses 20-Minuten-Training und Floating und Krypto-Scheiße da. Cryo. Wollte ich gerade sagen, Krypto ist Bitcoin. Egal. Ist ja alles wurscht. Alles dieselbe. Aber kommt man auch in Schwitzen manchmal. Aber eine Sache, da habe ich aufgemerkt, weil wir das auch schon mal bei Duellen die Welt angespielt haben. Und dieser Trend, der kommt jetzt nach Deutschland. Und zwar offiziell ist so die Legende, bla bla bla, ihr kennt es ja, wenn man so isst wie Klaas und ich. Also öfter mal bei McDonald's vorbeischaut oder sich irgendwie Äpfel mit Nutella mixt am Morgen und so. Dann kommt man nicht drum herum, irgendwann mal zu fragen, gibt es Nahrungsergänzungsmittel, die einem weiterhelfen? Und da ist das Problem aber, dass Nahrungsergänzungsmittel meistens vom Körper nicht genug aufgenommen werden etc. Deswegen ist es oft sinnloses Geld ausgeben. Jetzt gibt es aber, der Trend aus Amerika hat es jetzt nach Deutschland geschafft. Du kannst dir so einen Katheter anlegen lassen und dir die Vitamine direkt in die Venen spritzen lassen. Und dadurch werden die angeblich sofort aufgenommen. Was aber eigentlich nur ist, dieses gute alte, du kannst dir ja deinen Kater wegspritzen lassen. Und das hat Joko in Las Vegas gemacht. Nachdem er Frank Tonmann geheiratet hat, war er bei so einem Quacksalber, der da mit einem Bus vorgefahren ist und hat ihn an die Nadel gehalten. So ein Anti-Hangover-Bus. Ja, so ein Anti-Hangover-Bus. Und die machen da jetzt von wegen Nahrungsergänzungsmittel, Pustekur, die wollen, dass er da morgens direkt aus dem Berghain hingeht und sich da die Nadel reinhaut. Damit man schön dann abends wieder fit ist zum Weitersaufen. Aber hat das denn damals bei ihm geklappt? Ich bin nie gefragt, weil da war dieses Ding mit der Hochzeit mit Frank Tonmann, das war interessanter. Aber ich glaube, das wäre was für mich. Du kannst dir da wirklich so Vitamine für ein Jahr da in die Venen pumpen. Naja, man kann ja auch ganz normal sich eine Pack legen lassen, also durch die Nase einfach eine Sonde. Und da kann man ja auch dann Essen durchschießen, das macht man im Krankenhaus. Wo ist da der Style? Naja, dass man nicht mehr essen muss, darum geht es dir doch. Nein, mir geht es nicht darum, dass man nicht mehr essen muss. Die Vitamine. Sondern, dass wir Vitamine. Achso, dass wir mal wieder ein paar rote Bäckchen kriegen, meinst du? Ohne Apfelfressen halt. Beim Rossmann da irgendwie die ganzen, ne? Exakt, nicht hier diese Pillen, die Dragees. Die Dragees. Ganz ehrlich, das will ich auch nochmal so sagen, da haben wir auch oft drüber gesprochen. Es gibt ja manchmal Leute, die sagen, sie sind krank. Und dann kommen die nicht zur Arbeit. Oder dann sagen die irgendwas ab und so. Und dann schleppen die sich mit letzter Kraft dann nach zwei Tagen doch nochmal zum Arbeitsplatz. Und dann liegen am Arbeitsplatz Medikamente, aber die sind alle aus dem Schlecker. Und ich sage, eine Krankheit, die mit Medikamenten aus dem Rossmann oder aus dem Schlecker zu behandeln ist, mit Dragees, Brausetabletten und irgendwelchem scheiß Tee, das sind keine Krankheiten, okay? Alles, was dir nicht die Krankenkasse bezahlt, und das ist alles, was es im Rossmann gibt, ist keine Medizin. Also bist du auch nicht krank. Da kenne ich jemanden, der ist sehr anfällig für diverse Tropfen. Ja. Wieso antwortest du jetzt? Nee, aber ich bin zum Beispiel jemand, ich zögere extrem lange raus, bis ich eine Schmerztablette nehme. Ich versuche echt immer, Medikamente nur dann zu nehmen, wenn es wirklich nötig ist. Aber ich bin anfällig auch so für, da hast du recht, für zum Beispiel Vitamin D nehme ich und dieses B12, das ist das Rote, was ich dir auch aufgeschwitzt habe. Aber nimmst du im Sommer Vitamin D? Im Sommer ist es nicht so nötig, weil da ist ja die Sonne, braucht man es nicht so. Aber man kann es auch nehmen, Tröpfchen und dazu B12. Ich finde das aber eine gemeine, auch unsere Generation speziell ansprechende Werbekampagne, die für Vitamin D gemacht wird. Es ist so ein bisschen... Aber ich hocke in der Satt drin. Ja, klar. Aber trotzdem, mag ja auch sein. Also ich will das jetzt ja nicht schlechtreden, das ist ja vielleicht auch gut, vielleicht hat man neue Erkenntnisse und so weiter und es geht einem wirklich besser. Also Vitamin D ist praktisch das Sonnenvitamin, sagt man so, denn durch Licht und Sonne reichert man... Du denkst, wie passt es auf Fliege. Ja, genau. Aber der verkauft dann auch ganz andere Tinkturen. Gesegnet. Gesegnetes Leitungswasser aus seinem Haus in München. Aber was damit passiert, ist trotzdem auch so ein bisschen, naja, unserer Generation sehr ähnlich, dass jetzt auf einmal mit Vitamin D als Lifestyle-Produkt geworben wird und nicht mehr als Nahrungsergänzung, wo dann beim Arzt gesagt wird, im Blutbild hier, da könnten Sie mal ein bisschen, hier haben Sie einen Eisenwangel oder sowas. Nehmen Sie doch mal hier das. Sondern es werden jetzt auch Getränke verkauft. Keine Ahnung, es gibt zum Beispiel, ich nenne die einen Marken, aber es gibt einen sehr bekannten Orangensaft, der dann mit Vitamin D angereichert sein soll. Von dem ich aber glaube, das ist jetzt auch nur eine Behauptung, dass das natürlich nicht so richtig was bringt. Also ich weiß nicht, wie viele Flaschen Apfelsaft oder Orangensaft man trinken müsste, bis man den Haushalt an Vitamin D wieder drin hätte und ob das überhaupt in dieser Form aufnehmbar ist für den Körper. Aber so wie du das gerade gesagt hast. Ich finde es aber interessant, dass Marketing damit gemacht wird, dass man selber so ein verregnetes Leben hat und sich von einem Orangensaft jetzt erhofft, dass man besser drauf ist, ohne dass man jetzt Antidepressiva nimmt. Also letztendlich ist das ja so eine Art, dass man so ein bisschen damit geworben wird, sie sind grundlos fröhlicher und das liegt dann wohl an dem Vitamin D, was wir da in den Orangensaft gekippt haben. Und ich finde das gar nicht mal so moralisch, damit zu werben, weil es ist so ein bisschen das Gefühl, wenn sie diesen Orangensaft trinken, dann geht die Sonne auf in ihrem dunklen, tristen Leben. Finde ich ein bisschen schwierig, das mit Orangensaft zu verknüpfen. Dann lieber vom Arzt, weil, also wenn ich mich verarschen lassen will, gehe ich halt zum Heilpraktiker, oder? Ja, das glaube ich auch, zum Homöopathen. Aber Klaas, ich wollte jetzt einfach Jakob verarschen. Also es ging einfach darum, dass er sich jede Pille kauft, die irgendwie auch im Schlecker und Rossmann zu... Ja, nee, das wäre ja viel zu günstig. Du brauchst ja irgendwie den Geheimtipp, der irgendwie ein Vermögen kostet, den stellst du dir da auf den Schreibtisch. Daneben ist irgendwie dein Luftbefeuchter, weil die Luft so trocken ist, dass er kaum sich Witze ausdenken kann im Büro. Und alles, da ist so eine ganze Ansammlung an Kram. Ja, morgens extra erstmal so ein Glas Bachblüten. Ja, bisschen Ingwer-Shot. Ja, Ingwer-Shot ist auch so ein Ding, das gibt es jetzt auch überall. Lebe ich. Und wenn man praktisch das eigentlich fast kaum runterkriegt, weil es so scharf ist, dass man es noch 20 Minuten später spürt, wie ein Weinbrand. Erst dann fühlt es sich so richtig gesund an. Ist das eine Marktlücke, sowas wie die Apothekenrundschau zu machen für Leute wie Lund? Oh, das ist gut. Ja, ja, Berlin-Mitte-Apotheken-Show. Ja, natürlich, klar. Alles, was man so machen kann, Lifestyle-Produkte und so weiter, das gibt es ja aber auch alles schon. Das ist ja letztendlich, letztendlich ist es ja genau das, was ich sage, dass man irgendwie das Gefühl hat, man therapiert sich da mit irgendwelchem Quatsch. Das geht so los mit so Krimskrams wie Aktimell. Ja, ob man, also jetzt mal ernsthaft, ne? Ja, also ich will auch da LK sei, mag lebensnotwendig sein, aber es hat viele Generationen und die Menschheit hat es sehr weit gebracht ohne LK sei. Ja, vielleicht ist das wie meine Mutter, die da irgendwie sagt, sie braucht kein Rad mit 20 Gängen. Es reicht ein Gang. Und dann merkt sie aber, die kommt den Berg nicht hoch. Naja, oder es ist anstrengender. Mit LK sei schaltet man direkt in den zweiten Gang. Wer weiß, wie wir heute drauf gewesen wären. Das stimmt, ja. Das und das will ich alles nicht in Frage stellen. Ich möchte da niemanden da dem absprechen, dass das, ich möchte es nur mal in Zweifel stellen und dass man mal guckt, was ist denn da wirklich drin. Ja, so. Jetzt kommen wir ja, wir kommen ja fast zum Ende, aber ich habe eigentlich noch so einen guten Rausschmeißer. Ich wollte eine Reihe etablieren. Aber die, ja, also es geht darum, ihr seid ja gar nicht auf dem Laufenden mit Reality-Shows gerade. Aktuell nicht. No, geht das wieder los. Was kann man dagegen haben? Was kann man gegen Trash-TV haben? Und gleichzeitig lässt man sich Salzsäure auf die Hand tröpfeln. Ach, jetzt bin ich auch noch schuld. Der Verprügelte hätte ja das Gesicht woanders hinhalten können. Ich sage mal, das Landeskriminalamt sollte mal ermitteln wegen Heuchlerei, Herr Heufer-Umlauf. Das Landeskriminalamt klopft auf jeden Fall nicht an meine Tür, weil auf meinem Schreibtisch lag nichts. Ich bin hier das Opfer. Anzeige wegen Bigotterie. Ja, was ist? Ja, es interessiert die Menschen da draußen. Kann ja sein, ja. Ich weiß aber nichts davon. Und ich weiß, ich... Und deswegen ist es ja ein Service von mir. Ja. Ich will euch nämlich... Aber erzähl das so, dass ich da auch Spaß dran habe und ich gucke das alles nicht und ich habe da keine Zeit dazu gehabt, das zu gucken und das ist wie Fußball. Ich will, dass du mich ein bisschen irgendwo abholst oder was? Ich hole dich ab, wirklich, du wirst daran Spaß haben. Also, Kampf der Reality-Stars, ich hänge eine Woche hinterher, weil wir jetzt leider im Studio waren. Aber letzte Woche war eine sensationelle Folge und da konnte man Grundregeln für Reality-Stars, die in solchen Formaten rumhängen, festlegen. Und das möchte ich eigentlich mit euch, das möchte ich so als Anstoß geben, dass wir das mal so ein bisschen, falls wir auch irgendwann mal eine Reality-Star-Dynastie entwickeln wollen, wie wir es in der letzten Folge besprochen haben, dass wir da die Grundkenntnisse im Gepäck haben. Und die sind teilweise erstaunlich, weil die sich von der realen Welt aus meiner Sicht so ein bisschen unterscheiden. Zum Beispiel möchte ich wissen, mit was bringt man Reality-Star-Bewohner an den Rande des Nervenzusammenbruchs? Die wollen ausziehen, es ist den ganzen Tag wird geweint. Was muss man ihnen da vorwerfen? Dass sie nicht echt sind, dass sie also eine falsche Schlange seien. Das ist gut, das ist gut. Das war glaube ich so, das war bis vor fünf Jahren, war das so das typische Big-Brother-Ding, da geht es immer nur darum, wer ist echt, wer ist real, wer nicht. Wann fallen die Masken? Aber es gibt was Neues. Und zwar bei Kampf der Reality-Stars ist eine ehemalige Bachelorette oder vom Bachelor eine Kandidatin. Nee, von... Naja, so war es halt da aus der Ecke. Love Island. Na, Love Island. Die Melissa, glaube ich, heißt sie. Und da kam Steph von Goodbye Deutschland, ein Wahnsinnscharakter, der kam ins Haus und hat ihr folgendes vorgeworfen. Man muss wissen, sie hatte mal, sie hat so ein bisschen mit Pietro Lombardi angebandelt und da auch ein bisschen rumgeknutscht so. Das war ein kleines Skandälchen so. Und er hat ihr vorgeworfen, du hast doch deine Follower nur wegen Pietro. Und ich sag euch, da war, da ist die Hölle ausgebrochen, ne? Ach, die Followers. Ja. Die hatte ich ja ganz ausgebrochen. Das ist nämlich das neuste Level. Es ist nicht mehr das Real-Sein, sondern wenn man jemandem vorwirft, dass man die Follower nur wegen Pietro Lombardi hat, dann ist das das Schlimmste. Nicht selber erarbeitet. Nicht selber erarbeitet. Nicht selber erarbeitet. Naja, das kann man ja so auch nicht sagen. Also wenn die mit Pietro Lombardi da, das ist ja schon auch irgendwie auf eine Art selber erarbeitet. Nee, aber die interessieren sich nur für sie, weil die sich eigentlich für Pietro interessieren. Die sind praktisch so links und rechts vom Pietro Laster, sind so ein paar Follower abgefallen und sie hat die aufgesammelt. Genau. Und so, dann haben die da rumgeheulten, dann haben die anderen Bewohner, haben den Steff da zusammengeschrien, wie er sowas sagen kann. Die hat 400.000 Follower und das alles nur wegen Pietro, das kann ja wohl nicht sein. Also das ist... Aber wie haben sie die getröstet? Was waren die tröstenden Worte? Wie viele Follower hat Pietro? Ich muss das kurz einmal... Ich brauche ein paar Fakten. Wie viele Follower ungefähr hat Pietro? So eine Million oder so. Bestimmt. Ja. Aber wie kann man denn einer Frau vorwerfen, die da sitzt, dass sie ihre Follower nur wegen Pietro hat? Also das sagt man auch nicht zu einer Dame. Nee. Muss ich wirklich sagen. Aber ich fand interessant, dass das genau das abgelöst hat. Dieses Realness-Ding hat es abgelöst. Dann, zweiter Punkt. Aber Pietro hat zwei Millionen Follower, sehe ich gerade. Zwei Millionen. Also, dass da... Natürlich, dass man da scharf drauf ist, ist ja klar, ne? Ich sag das jetzt nicht, ne? Ich sag nur, das hat sie wegen ihrer harten Arbeit, wegen ihrer charmanten Art, mit denen sie das Insta-Game spielt. Deswegen hat sie... Ne, Follower. Der zweite Punkt ist, was ich auch sehr gut fand, es war ein riesen Trara, zwei Tage Stress im Haus, weil Georgina Fleur, ein Realty-Urgestein... Die kenne ich auch noch, damals noch, aus den guten alten Zeiten. Genau. Die hat über einen Freund, einen bekannten Freund von Sandy Fese, ist ein weiterer Bewohner, den kennst du wahrscheinlich nicht, der ist mal bei Berlin Tag und Nacht rausgeflogen. Und Georgina... Ja, aber das ist ja gar kein Format, wo Leute rausgewählt werden. Ne, der ist rausgeflogen wegen... Der ist rausgeflogen, weil man sagt, er ist rausgeflogen, weil das zum Format hört. Aber bei Berlin Tag und Nacht ist ja ein normaler Arbeitsvertrag, der beendet wurde, weil er sich daneben benommen hat. Sowas wird's sein, ne? Okay. Und da hat sie in den Raum gestellt, dass dieser Freund von ihnen, der prominente Kollege von Sandy Fese, der Name wurde gepiept, schwul sein könnte. Nein! Und ich sag euch, da ist der Sandy Fese, da ist der auf die Barrikaden gegangen. Weil er wahnsinnig homophob ist oder was? Weil schwul sein in solchen Formaten immer noch das Schlimmste ist, was man über einen sagen kann. Und wenn man das, wenn man sagt, dass der Freund, der prominente Freund, wenn man dem vorwirft, schwul zu sein, dann ist zu Recht das Donnerwetter für drei Tage. Das ist ja erstaunlich. Auch das hat man nur in Trash-TV hoffentlich noch. Also ich würde jetzt schon mal reingehen und sagen, Schmitty, du bist schwul und du hast die Follower nur wegen Klaas. Das wäre mein Entree praktisch. Ja, dann wäre ich nach diesen Regeln, wäre ich am Ende. Dann würde ich auf jeden Fall abreißen. Aber das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich hätte nicht gedacht, also das mit den Followern verstehe ich und so, das ist klar. Dass man da aus der Haut fährt, da könnte ich mich wahrscheinlich auch nur schwer zusammenreißen. Wenn man mir sagt, meine Follower habe ich nur wegen Joko oder wegen, weiß der, weiß, beim Zeus. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt schlimm ist, dass jetzt einer schwul ist. Also dass das nicht mal, der ist nicht mal, wahrscheinlich nicht mal schwul, sondern Jokina hat nur so angedeutet, dass der eventuell schwul sein könnte. Und daraufhin ist der wirklich so ausgetickt. Das war so absurd, weil wir sind im Jahr 2020 und die schreien sich an, wenn du noch einmal sagst, wenn du noch einmal das andeutest, dass mein Kollege schwul ist, dann kriegen wir hier richtig Stress. Die hätten sich fast aufs Maul gehauen oder er hätte sie fast verprügelt. Oh Gott, also juristisch, also so hat er das nicht gesagt, er hat es auch nicht angedeutet. Er hat nur, die Energie ist so rüber geschwappt als, weil er, weil sie nur gesagt hätte, der könnte ja schwul sein. Fand ich faszinierend. Das finde ich, muss ich aufwärts sagen, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die so im Mittelalter stecken, dass das jetzt irgendwie schlimm sein soll. Und die letzte Regel, die kommt von der Ehefrau von Steff, dem Bewohner, der da, der kommt aus Goodbye Deutschland, ist da eigentlich so ein relativ vernünftiger Typ. Was hat der denn da gemacht, was war seine Idee? Weil der ist relativ erfolgreich, der hat, glaube ich, zehn Restaurants auf Malle, tatsächlich. Also der ist wirklich auch relativ wohlhabend. Kurze Nachfrage, wenn er so erfolgreich ist, warum fehlt das gut bei Deutschland? Corona, Corona. Also, okay. Corona, ja. Also das ist, glaube ich, der... Weil der halt struggelt jetzt, ne? Ja, der struggelt. So, er ist aber auch als Macho bekannt, der alten Schwule, also so Level René Weller und dann aber noch so ein bisschen... Also sag so kurzum, schlimmer Typ, dem alles egal ist. Ja, der hat sich da gleich mit allen verscherzt, aber seine Frau hat das wohl vorher geahnt und die hat ihm, bevor er losgegangen ist, den ultimativen Tipp für alle Reality-Stars gegeben, wenn man in diese Formate reist. Sie hat gesagt, Steph, mein Ehemann, ich liebe dich über alles, aber wenn du dahin gehst, wortwörtlich, sei einfach jemand anderes. Und das möchte man ja auch von der Ehefrau hören, die ihm sagt, toi, toi, toi. Wenn du jemandem so vorgibst, jemand anderes zu sein, dann hast du da eine Chance, geliebt zu werden. Wenn wir jetzt vor die Haustür gehen, dann sei bitte komplett jemand anderes. Dann könnte das gut gehen. Das ist das Gegenteil einer Liebsterklärung, will ich zu sagen, also hier zu Hause... Ich liebe dich, wenn du der andere bist. Die könnten dich alle mögen und schätzen. Wenn du es so tust, als wärst du jemand anderes. Vor allem, da geht so ein Vorwurf oder so ein angedeuteter Vorwurf, geht dann nach dem zweiten Komma in eine ganz andere Richtung. Man sagt, wirklich, manchmal gibt es so Momente, da bist du wirklich überhaupt nicht so wie du, da bist du so ganz anders und dann liebe ich dich. Heute warst du so schön, nicht du selbst. Genau. Spiel noch mal den netten Mann. Ja. Leute, wie geht's euch? Kurze Bestandsaufnahme, weil jetzt kommt praktisch der Punkt, eigentlich normalerweise kommt jetzt der Punkt, den hier die Leute aus dem Kater Blau hier haben. Wenn ich hier montags zur Sendung fahre, fahre ich mal mit dem Auto am Kater Blau, das ist hier so eine aussortierte Kneipe hier um die Ecke. Ein Club. Ein Club. So was wie die Schultheißquelle, so was ist das in der Art. Nein, das ist eigentlich ein cooler Hipperladen. Das ist ein Raucherlokal. Das ist ein cooler Hipperladen. Lecker Raucherlokal mit einer Dartscheibe. Direkt an der Spree. So, und da fahre ich manchmal mit dem Auto vorbei und da kommen die dann da rausgewackelt und klopfen da irgendwie so auf die Reihe Taxis. Und die Taxifahrer, die suchen sich sehr genau aus, wer bei ihnen mitfahren darf, denn bei jedem zweiten sagt man als Taxifahrer völlig zurecht, fahr doch lieber beim Kollegen mit. Und so, das ist diese Stimmung, in der die dann nach Hause klettern, irgendwie der eine Mitbewohner, der einen Job hat, der fällt gerade los und dann gehen die so in ihre, zurück so in ihre ungestaubsaugten Zimmer. Ja, wenn die Wolken wieder lila sind. Wenn die Wolken wieder lila sind, wenn der Herbst sich langsam reinschleicht und man genau weiß, jetzt hat man ganz viel Zeit mit sich selber und ist das wirklich so gut. In dieser Stimmung verlasse ich euch jetzt gleich, weil ihr seid wirklich, ihr seht aus wie zwei nasse Brötchen und ich gehe jetzt gleich in meinen Tag. Ich habe noch viel zu tun, ich bin fit, gut drauf. Wir verfüttern uns jetzt an die Enten und wenn es diesen Bild zu bleiben, wir gehen jetzt ins Büro und schlafen da. Ins Bettbüro. Das Bettbüro ist so eine Stufe nach Homeoffice. Sag mal, was machst du? Gehst du jetzt nach Hause oder gehst du ins Büro? Nee, ich muss tatsächlich ins Büro. Ja, und du? Ja, ich auch. Wir haben bald wieder Sendung, Klausi. 7. September geht's los. Ja, das ist ja noch ein bisschen Zeit, aber finde ich gut, dass du selbst an diesem Tag, also ich bin gespannt. Was heißt du nicht gut? Das ist meine Arbeit. Du musst das nicht gut finden, dass ich denke, es ist meine Pflicht. Ja, okay, es ist deine Pflicht. Ich finde es selber gar nicht gut, ich will nach Hause. Schlepp mich so hin. Ja, ich muss jetzt zu Timon und Pumba, ich muss da irgendein Lied singen. Unsere Producer, liebe Grüße. Unsere Producer, Timon und Pumba, da muss ich jetzt ins Tonstudio, muss da irgendwas singen und danach komme ich zu euch. Ja. Und dann begutachte ich euch und dann stecke ich euch ein paar neue Tabletten rein während des Schlafes. Kommst du zu mir ins Bettbüro? Ich komme in dein Bettbüro, ja. Von unten, wenn du irgendwie merkst, dass da was an den Füßen ist, ist das diesmal keine Katze. Bin ich das. So, also Leute, tschüss, das war Baywatch Berlin. Na, aber nicht so vorschnell. Also, wir wünschen uns immer, wenn ihr, und freuen uns immer, wenn ihr unseren Podcast abonniert, egal auf welcher Plattform. Wir sind ja exklusiv auf allen Plattformen, könnt ihr uns hören. Sogar wahrscheinlich aus der Mikrowelle. Und wenn ihr uns da abonniert, dann freuen wir uns. So ist es. Wenn ihr den Teekessel in den richtigen Winkel stellt, dann könnt ihr über UKW-Wellen, könnt ihr uns da quatschen hören. Ihr seid nicht verrückt, das sind wir. Tschüss. Guten Abend. Ciao. Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt. Das war Sultan,� Stadttesçah 9350, Ent humanos in Trying- suit zu haben, wo es Podcasts gibt. 절반ig bis verlust�ngamentoTwitter, des Enteb